Hallo und herzlich willkommen zu unserem Sprach-Chat heute am Donnerstag, den 19.01.2023. Mit mir zusammen heute moderiert wieder der René. Hallo René. Moin Moin. Hallo. Unser Gast heute ist Thoralf. Thoralf arbeitet bei der EF. Und was er so macht, wer er ist, kann er uns am besten selbst erzählen. Guten Abend. Also, soll ich direkt beginnen? Ja. Ja. Also, ich beginne mal allgemein mit mir. Ich bin Thoralf Müller. Ich komme aus Norddeutschland, also in der Nähe von Rostock, wohne ich zurzeit. Und bin 23 Jahre alt und arbeite jetzt seit zwei Jahren bei der IOTA Foundation. Also, ich habe im ersten Januar 2020 begonnen. Und, ja, davor hatte ich begonnen Elektrotechnik zu studieren. Habe das aber aus Interessegründen dann eben abgebrochen und bin dann zu Krypto gekommen. Und, ja, seitdem beschäftige ich mich auch in der Freizeit sehr viel mit IOTA und Programmieren. Und sonst spiele ich noch Klavier und, ja, bin gerne ein bisschen draußen. Aber, ja, der größte Teil wird in IOTA reingesteckt. Und da habe ich auch Freude dran. Und ich hatte auch, also, ich hatte eben begonnen Elektrotechnik zu studieren. Und dann kam ich irgendwann zu Ethereum. Also, da hatte ich eben gelesen von einem globalen Computer. Und das hat sich ganz interessant angehört. Aber damals hatte ich halt noch gar keine Ahnung gehabt von Programmieren und allgemein, wie die Technik dahinter eben aussieht. Aber da kam ich dann halt irgendwie dazu. Dann hat man ein paar andere Projekte noch gesehen. Dann hat man gesehen, man kann das auch. Habe ich auch eine Zeit lang gemacht. Hat sich nicht unbedingt gelohnt. Aber, ja, hat man halt alles mal ausprobiert, was es da gibt. Und dann kam man irgendwann zu IOTA. Das ist wahrscheinlich wie vielen gegangen ist. Und das hat sich halt schon bei vielen Sachen besser angehört als die anderen Projekte. Also, einmal vor allem, dass es eben kein Mining gibt, keine Gebühren und skalierbarer. Und, ja, da waren halt viele Sachen, die sich echt gut angehört haben. Und dann habe ich auch 2017 am Ende schön beim Bullenmarkt. Also, dadurch ist eben allgemein auch mehr Aufmerksamkeit da hingekommen. Da bin ich dann eben auch dazu gekommen. Da dann schön die ersten IOTs gekauft. Aber damals auch noch nicht so viel. Also, alles kein Problem gewesen. Und dann hatte ich aber auch eben ein paar Sachen da durchgelesen zu IOTA. Und dann hatte ich ein Beispiel gesehen bei GitHub, wie man so eine IOTA Message senden kann, wo man eben nicht mal Geld braucht. Und man konnte auch, da gab es schon diesen Tangle Visualizer, wo man eben live die Transaktion sehen kann. Und da habe ich halt dann das aufführen können bei mir. Und dann direkt gesehen, dass diese Nachricht eben jetzt in einem Netzwerk ist. Und das fand ich halt schon beeindruckend. Und ja, echt interessant, weil bisher die Sachen, die ich gekannt habe, die waren halt alle zentralisierte Services, wo du dich eben normalerweise anmelden musst oder so. Und da konnte ich jetzt halt einfach rein spammen. Also, viele Nachrichten einfach. Und ja, es gab keinen wirklich, der irgendwas limitiert. Also, es gibt halt das Proof of Work als Spam Protection. Aber davon abgesehen ist nur das Protokoll das Limit. Und eben, was die Notsoftware und das Internet hergibt. Aber ja, das war so die erste Sache, wo ich dann auch mehr ins Programmieren reinkam. Und dann gab es in der Community auch ein paar andere. Also, einer war vor allem Steppo. Ich weiß nicht, ob die noch andere kennen. Mittlerweile ist der nicht mehr so aktiv. Aber mit dem habe ich dann eben ein bisschen rumgespielt am Tangle. Haben wir eben unsere eigene Tip Selection ausprobiert. Auch so Side Tangles gebastelt, dass man eben ja einfach probiert, was das Netzwerk kann, was das aushält. Und dann hat man halt immer mehr ausprobiert. Und dabei habe ich erst wirklich programmieren gelernt. Also, vorher hat mich das nie so groß interessiert, dass ich da viel gemacht hatte. Also, wir hatten es in der Schule ein bisschen und in der Uni. Aber an sich, ja, habe ich nie viel mitgemacht. Und dann eben durch dieses Beispiel, dann kam ich erst mal wirklich dazu, mir das genauer anzuschauen. Und dann, ja, habe ich halt Stück für Stück immer probiert, ja, neue Sachen ins IOTA-Netzwerk zu senden. Also, neue Side Tangles. Und damals war auch noch die Bestätigungsrate richtig schlecht, dass man eben oft reattachen musste und sowas. Und deswegen hat man halt dann auch probiert, dass man die Tipps so wählt, dass eben die eigene Message oder die eigene Transaktion schneller bestätigt wird als die von anderen oder halt eben allgemein einfach so schnell wie möglich. Und dann, ja, hat man dabei halt echt viel gelernt. Also, da habe ich mir dann echt viel beigebracht. Und dann ging das halt immer so weiter, dass man immer mehr ausprobiert hat, immer mehr gemacht hat und dann eben auch kleine Projekte schon gestartet. Ich hatte dann auch mal eine Webseite gemacht, wo man eben Transaktionen reattachen und promoten kann. Und das hat echt gut geklappt, weil da habe ich die neuen Transaktionen immer an den Meilensteinen attached, an den letzten. Und die Tip Selection vom Koordinator war halt so gemacht, dass die immer vom Meilenstein startet. Und dadurch hat man halt eine viel höhere Wahrscheinlichkeit gehabt, dass die bestätigt wird. Und man konnte auch Konflikten aus dem Weg gehen. Damals war es eben noch so, wenn man zwei Transaktionen reattached hat, dann kann eben nur eine bestätigt werden. Und alles, was hinter der anderen ist, das ist dann eben, ja, musste neu gesendet werden und wurde eben nicht confirmed. Was damals halt auch echt schlecht, also echt ein Problem war, weil dann die Confirmation Rate konnte man eben droppen, wenn man da viel reattached. Aber, ja, das konnte man eben auch nutzen, um Transaktionen dann besser, schneller bestätigt zu bekommen. Und das hat auch gut funktioniert. Und die Seite haben dann auch einige genutzt. Und dann, ja, habe ich auch bei einfach IOTA mit Sebastian haben wir da ein paar kleine Sachen gemacht. Da haben wir ein Payment-Modul gebastelt, wo man dann eben bei der Webseite das Magazin kaufen konnte. Und dann eben mit IOTA bezahlen. Und dann haben wir halt im Hintergrund die IOTA-Sachen gemacht, dass da gecheckt wird, ob Geld reingekommen ist. Und das hat auch geklappt. Und, ja, halt einfach viele kleine Projekte gemacht, dabei immer mehr gelernt. Und dann 2019 irgendwann kam Jelle mit dem Identity-Projekt, wollte er starten, hat da eben Leute gesucht, die bei IOTA die Integration mithelfen. Und da hat er dann bei Sebastian und mir angefragt. Und wir, ja, waren erfreut, weil wir beide eben eh schon was machen wollten und auch schon mal beim EDF beworben hatten. Das hatte aber nicht funktioniert. Und so konnten wir dann eben da bei dem Identity-Projekt am Anfang starten. Und das war auch dann mit RAST. Also das ist eben eine Programmiersprache, die relativ neu ist, jetzt langsam immer mehr verbreitet wird und einige sehr interessante Features hat. Also Memory, Safety und die ist auch so effizient wie C eigentlich. Also wird dann kompiliert, das eben auf Maschinenebene läuft alles ohne irgendeinen Memory, Garbage Collection. Und, ja, das hatte ich zu der Zeit auch schon ein halbes Jahr vorher, hatte ich da schon mal herangeschaut, bisschen was gelernt und dann mit dem Projekt eben bin ich da richtig eingestiegen. Und seitdem, ja, will ich eigentlich auch mit keiner anderen Sprache mehr viel machen, weil ich die echt gut finde und mir das Spaß macht. Ja, und dann haben wir eben bei dem Projekt da gestartet für digitale Identität auf IOTA. Und da hatte ich hauptsächlich den IOTA-Teil gemacht, wie wir eben die Nachrichten ins Tangle reinsenden und dann wieder auslesen können. und dann, ja, noch ein paar andere Sachen mit den Dokumenten, die man dann im Verlauf tracken muss. Und, ja, danach, das ging vier Monate lang, dann war das fertig, also wurde es einmal abgeschlossen, den Teil, den wir machen sollten. Identity-Projekt gibt es natürlich immer noch und wird immer noch weiterentwickelt. Aber, ja, für uns war das erstmal das Ende. Aber die EF war ganz zufrieden mit der Arbeit, die wir da gemacht haben. Und dann haben sie uns gefragt eben, ob wir noch ein anderes Projekt machen wollen oder ob wir nicht gleich bei denen angestellt sein wollen. Und da haben wir beide Ja gesagt, also Sebastian und ich. Und dann, ja, seitdem bin ich da. Und so hat sich das dann ergeben. Und ich bin, ja, ziemlich glücklich, dass das so alles funktioniert hat, weil ich eben eh den ganzen Tag nur was mit der EF gemacht hatte. Und, ja, hat sich sozusagen ein kleiner Traum erzielt. Den Hobby zum Beruf gemacht. Wollte ich auch gerade sagen. Ja, und jetzt erzähl uns doch mal, was sind deine Aufgaben bei der EF? Ja, also ich hatte damals eben schon viel mit den Client-Libraries rumgespielt immer. Eben, wie man Nachrichten ins Tangle reinsendet und sowas. Und da wollte ich dann auch daran arbeiten, weil einige Sachen hatten mir nicht so unbedingt gefallen. Da wollte ich auch ein paar Änderungen machen, aber der damalige Entwickler wollte die dann nicht so umsetzen, weil er da andere Ansichten hatte. Und dann, ja, hatte ich da eben eine Stelle bekommen, mit der IOTA-AS-Client-Library begonnen und hatte da begonnen, dann für Chrysalis das zu aktualisieren. Das war gerade die Zeit. Also da war schon ein Teil gemacht und dann habe ich das übernommen und weitergemacht. Und da war ich ungefähr ein halbes Jahr hauptsächlich damit beschäftigt. Und zur gleichen Zeit hatte Lukas, also der ist mittlerweile nicht mehr bei der EF, die hatte da die Wallet-Library Wallet-Ice für Firefly gemacht. Aber der ist dann, ja, der war da ganz alleine und deswegen sollte ich da eben dann auch mithelfen. Da kam ich dann eben ein bisschen zu Wallet-IS mit dazu und seitdem ist meine Aufgabe jetzt eben die Client-Library und die Wallet-Library zusammen. Und jetzt von der Wallet-Library haben wir auch die CLI-Wallet, also die Command-Line-Wallet, die wir jetzt auch noch mit maintainen, aber die ist nicht so viel Arbeit, weil die eigentlich nur ein Wrapper um die Wallet-IS-Library drum ist. Und da haben wir eben die Client-Library in Rust geschrieben und dann haben wir aber Bindings zu anderen Sprachen. Da haben wir gerade Java, Python, Node.js oder JS.wasm supported. Und bei der Wallet-Library genau das Gleiche. Wobei wir da jetzt sogar auch noch Swift hinzufügen. und theoretisch, wenn man sich ein bisschen reinliest, dann kann man auch relativ einfach beginnen, ein Binding für eine neue Sprache zu beginnen. Aber ja, aktuell unterstützen wir keinen anderen, direkt von unserer Seite aus. Und ich bin jetzt aber da nicht alleine dran, sondern bin im Team von Tivo und da sind dann noch Samuel und Odd. Also wir sind jetzt zu viert. Wir arbeiten an den Libraries zusammen und kümmern uns eben um alle Sachen, die da nötig sind. Also ich kann eben nochmal erklären, was die Client-Library ist für die Leute, die sich da nicht so auskennen. Was macht das? Wir haben eben einmal die Node-Software, was Hornet gerade ist, die eben das IOTA-Protokoll laufen lässt. Und dann hat die eine API, wo man eben darauf zugreifen kann, wenn man irgendwelche Daten abfragen will. Eben wie viel Guthaben ist auf meiner Adresse zum Beispiel. oder gibt mir den letzten Meilenstein oder irgendeinen Block. Und dann kann man eben natürlich auch selbst was senden. Also man kann dann eben eine Transaktion dahin schicken und dann wird die beim Tangle hinzugefügt. Und ja, diese Schnittstelle, dass die eben einfacher zu verwenden ist für irgendwelche Entwickler, dafür ist die Client-Library da ist. Die kann dann eben ein paar Daten anfragen. Dann kann man sich da die Transaktion zusammenbauen lassen. Das sucht dann automatisch die Inputs. Oder man kann die auch selbst mitgeben, wenn man möchte. Und man muss halt nur noch angeben eigentlich, wohin man Geld senden will. Oder IOTA oder Schimmer oder was auch immer. Und dann findet das mit den Adressen, die man hat, eben von alleine dann die Inputs, die nötig sind. Macht die Transaktion, macht das Proof of Work, sendet das zum Node, guckt, dass es bestätigt wird. Und diese Funktionalität, die eben so im Hintergrund läuft, wenn man IOTA nutzen will, die kann man mit der Client-Library machen. Und die Wallet-Library, die ist dann sozusagen Wrapper um die Client-Library. Also die nutzt die Client-Library, aber die hat dann einen eigenen State. Also da wird alles gespeichert, was man hat, dass man nicht jedes Mal von Null beginnt. Also man hat zum Beispiel einen Account, eine Adresse, dann wird die in der Datenbank gespeichert. Und bei der Client-Library, da kann man eine Adresse generieren, aber die wird nicht automatisch irgendwo gespeichert. Das heißt, das nächste Mal, wenn man es verwenden will, muss man die Adresse wieder neu generieren oder man muss die halt selbst irgendwo speichern. Und die Wallet-Library, die nimmt einem halt viel von solcher Arbeit ab. Die speichert alles für einen. Die guckt automatisch eben, ob die Transaktionen, die man gesendet hat, ob die noch bestätigt werden müssen oder ob die schon bestätigt sind. Und ja, die speichert eben alle Transaktionen auch in der Datenbank, dass man da später wieder drauf zugreifen kann. Also das ist an sich so grob die Sachen. Und bei der Wallet-Library ist es auch noch so, dass die in Firefly benutzt wird im Backend aktuell. Also alles, was ihr in Firefly macht, nutzt im Hintergrund die Wallet-Library, um eben Transaktionen zu senden und zu empfangen. Ist das bei beiden Firefly Wallets? Also ich sage immer Shimmerfly und Firefly. Ist für mich einfach auseinanderzuhalten. Ja, oder jetzt mal Firefly oder Firefly-Tuser-IOS-Netzwerk. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja, wir haben eine Wallet-Library für Chrysalis. Das ist eben die normale Firefly Wallet. Und jetzt für Shimmer, also Stardust mit den neuen Features. Da haben wir die alte Library eigentlich neu geschrieben komplett. Aber es ist eben trotzdem die Wallet-Library, die da auch im Hintergrund verwendet wird. Und das heißt, ihr werdet dann die Sachen, die jetzt in Shimmerfly drin sind, müsst ihr die noch extra umschreiben? Oder werden die jetzt quasi einfach nur getestet und später dann einfach nur ein Firefly übernommen für Stardust? Weil Stardust wird ja auch zukünftig oder hoffentlich irgendwann sehr bald auch auf IOTA laufen. Und dafür muss ja Firefly ja komplett umgestaltet werden. Ja, also das war auch ein bisschen eine Überlegung vom Firefly-Team, wie sie genau das machen. Aber die haben sich eben jetzt dafür entschieden, dass sie eben dieser Shimmer-Firefly-Wallet erstmal machen, getrennt. Weil das sonst ganz schön schwer zu maintainen wäre, beides in einer Wallet zu haben. Aber wir haben halt im Backend das eben einmal umgebaut mit den Bindings auch von der Wallet-Library, dass es jetzt ein bisschen anders funktioniert und ein bisschen einfacher wird. Und deswegen wollen wir eben, wenn das Stardust zu IOTA kommt, dass beides wieder in eine Wallet tun, zumindest war das zuletzt der Plan, weil die dann beide eben eigentlich das Gleiche im Hintergrund verwenden können. Also alles, was wir jetzt eben Schimmer machen, kommt dann so zu IOTA. Naja, sehr schön. Macht ja auch Sinn, das einigermaßen ähnlich zu halten, damit man nicht weiß ich, wie viel wir umstricken muss. Ja, und letztendlich ist ja das Schimmer-Netzwerk einfach nur Staging-Network, wo eben die Sachen für IOTA getestet werden. Also gibt's da nicht wirklich was, was anders ist. Ist es denn, ich weiß nicht, ob ich das gerade richtig verstanden habe, ist es denn mit Stardust schon angedacht, dass man die beiden Wallets quasi miteinander verbindet, dass ich dann auch nur noch eine Wallet habe? Oder habe ich das gerade falsch verstanden? Der Plan ist aktuell, dass die sich eben verbinden sollen. Also soll dann eben eine Firefly Wallet geben für beides. Da kannst du dann eben auswählen, ob du IOTA oder Schimmer verwenden willst. Aber du hast eben nur noch eine einzelne Anwendung. Genau. Das heißt, Schimmer vielleicht kommt dann in die Tonne. Ja, ist der Plan gewesen. Also war zumindest erst mal so angedacht, dass es eben nur noch eine Wallet eben gibt. Die Frage ist natürlich immer, wie sich das dann mit neuen Sachen ergibt, weil irgendwann wollen wir ja wieder nochmal neue Sachen zum Protokoll hinzufügen vielleicht, die wieder nicht ganz passen. und dann will man da vielleicht wieder eine neue Version irgendwie wie testen, ohne alles wegzuschmeißen und neu zu machen jedes Mal. Vielleicht eben bleibt es dann irgendwie als Test Wallet für die neuere Version dann immer eben separat oder sowas. So wie eben das Schimmer-Netzwerk immer das Staging für IOTA ist. Aber ich weiß es nicht genau, was sie da vorhaben, weil das ist eigentlich nicht mein Bereich. Ich mache einfach im Hintergrund, dass es funktioniert. Was die dann wirklich vorne, außenrum dran bauen, das liegt nicht in meine Hand. Also kommt dann so einer wie jetzt zum Beispiel, das fällt mir so in dem Zusammenhang ein, nicht, dass ich das jetzt so extrem wichtig finde im Moment noch, die NFTs, die jetzt gerade eingebunden werden. Also kommt jetzt dann das Team von der, wie jetzt Bausti sagt, der Schimmerfly, kommt dann zu dir und sagt, kannst du das nicht auch noch mit einbinden? Oder wie rum geht das? Ja, also eigentlich ist es so, dass wir mittlerweile alles unterstützen an Protokollsachen, die man machen kann. nur oft ist es schon noch so, dass das Firefly Team dann nochmal eigene APIs haben wollen. Also, dass sie eben ein bisschen andere Vorstellungen haben, wie das für die aussieht, also wenn sie das benutzen. und das letzte war für Governance, also Voting, was als nächstes kommt. Da haben sie eben bei uns angefragt, dass wir da die Funktionalität hinzufügen. Sie hätten das theoretisch auch von ihrer Seite vorher machen können, aber das wäre für die halt recht umständlich gewesen, weil sie dann auf ihrer Seite nochmal selbst wieder alles tracken müssen, alles speichern, was die Voting-Library eigentlich dann einfacher und besser machen kann. Dann haben sie eben bei uns gesagt, sie brauchen eben eine Funktion, die VOT heißt, wo sie dann einfach die Event-ID und die Voting-Antworten da mitgeben. und dann wird die Transaktion gesendet, die das macht. Und anders müssten sie halt alleine wieder den Amount mitgeben. Dann müssten sie ein Tag-Data-Feature-Metadata da hinzufügen und ist dann halt immer ein bisschen komplizierter zu verwenden. Also, ja. Entschuldigung. Bei dem NFT-Ding, da haben sie jetzt eigentlich keine Änderungen angefragt oder nur ein paar kleine, minimale, aber jetzt nichts Großes, weil das eben schon vorher unterstützt wurde. Aber irgendwann ist noch die Idee, also nicht mehr in allzu ferner Zukunft ist es die Idee, dass wir nochmal das bisschen umbauen, dass ein NFT auch ein Account ist, weil die NFTs jetzt mit Stardust auch andere Outputs haben können. Das wird bisher nicht so stark genutzt, aber es gibt eben dann für einen NFT-Output eine NFT-Adresse. Und die kann dann auch wieder andere Outputs haben. Aktuell wird das alles unter der ED25519-Adresse getrackt und in einem Account. Und dann wird das aber mit dem Ownership manchmal ein bisschen kompliziert, weil ein NFT kann zum Beispiel auch wieder ein anderes NFT haben. Und das andere NFT kann auch noch einen Alias-Output haben und der kann wieder einen normalen Basic-Output haben. Also man kann so ein prekursives Ownership-Verhältnis haben, was dann recht kompliziert wird zu verstehen, weil am Ende in der Wallet, wenn du alles auf einmal siehst, ein NFT und das sendest und das NFT hat aber noch zehn andere Outputs eigentlich dabei, dann verschwinden auf einmal elf Outputs aus deiner Wallet und du weißt nicht unbedingt warum. Und deswegen überlegen wir das so umzubauen, dass du eben ein NFT als Wallet siehst, dann kannst du eben das NFT öffnen, da hast du dein Wallet und dem NFT, siehst du dann die Outputs, die dem NFT gehören. Also quasi, wenn man das übersetzt, ein Output wäre dann zum Beispiel, dass da dann 20 Schimmer drin liegen noch, ne? Genau. Also dann hast du letztendlich, das wird jetzt einige wieder freuen in der Community, hast du dann zum Beispiel ein FNFT, wie es so schön heißt, ne? Also ein Finanz-NFT, wo drin du selber nochmal eine separate Unterwallet für deine eigene Wallet hast. So kann man das dann so einfacher formulieren wahrscheinlich. Ja, es ist natürlich die Frage, wie sinnvoll das in dem Fall ist für Finanzen, aber es gab irgendwelche Ideen mit irgendwelchen Game Assets, die zu dem NFT gehören oder so, die werden dann halt anders getrackt. Da muss man sehen, wie sich das entwickelt, aber das ist halt eine Sache jetzt, die eben zum Beispiel auch vom Firefly-Team angefragt wurde, ob wir das nicht ändern können, dass man das eben von der Wallet-Library aus einfacher sehen kann, diese Ownership-Verhältnisse. Also bist du ja oder euer Team E4 ja schon irgendwo eine Schnittstelle zwischen jetzt sowas wie Firefly, also etwas für den End-User und eigentlich auch der Entwicklungsabteilung. Also ihr müsst ja eigentlich mit beiden Seiten mal Rücksprache halten, wenn ich das richtig verstehe. Ja, also wir sind ja auch ein Teil der Entwicklungsabteilung. Nee, ich meine jetzt, Entschuldigung, ich meine jetzt vom Core-Protokoll, das meine ich jetzt einfach. Ja, also beim Core-Protokoll haben wir jetzt keine großen Anforderungen, aber an die API schon. Wir müssen ja mit den Sachen, die wir von der Node bekommen, irgendwie arbeiten können. Und da haben wir, als das geplant wurde, natürlich auch ein paar Sachen angefragt, ob man die vielleicht ändern kann oder eben ausprobiert und geguckt, ob das überhaupt so klappt. Zum Beispiel eine Änderung war, dass wir eben bei den Outputs nicht nur die Outputs selbst speichern und nicht nur bei den Metadaten den Meilstein-Index, der das referenziert hat, sondern auch den Timestamp. Weil das für uns einfach ein paar Sachen eben einfacher macht, wenn wir direkt den Timestamp von den Metadaten bekommen können und nicht erst den Meilenstein abfragen von dem Meilenstein dann die Metadaten, um dann den Timestamp zu bekommen. Ja, logisch. Also da haben wir eben schon ein bisschen Mitsprache, wie das dann aussieht. Und ihr habt da einfach weniger Abfragen, ne, für den Tangle. Ja, genau, weniger Anfrage an die Node und macht für uns auch die Arbeit einfacher. Mhm. Und das alles soll dann fertig werden und später dann mit Stardust alles public werden? Das hört sich für mich echt noch nach viel Arbeit an. Naja, das meiste davon ist ja jetzt schon aktuell in der fertig. Öffentlich. Also öffentlich ist sowieso alles. Jetzt das mit den NFTs und so. Und das nennen wir damit wir die ganzen Sachen mit denen hinterlegen. Ein NFT kann mehrere NFTs und so beinhalten. Das funktioniert auch jetzt schon. What? Das ist nur, das ist nur nicht so unbedingt gewollt, also gerade das Firefly Team will das nicht unbedingt, weil das eben für viele Nutzer verwirrend sein könnte aktuell, weil dieses Ownership Verhältnis eben nicht so klar verständlich ist. Deswegen wird die NFT-Adresse nicht angezeigt. Und die wollen jetzt auch demnächst, da habe ich erst vorgestern was gemacht, das eben so verändern, dass man die Sachen, die dem NFT gehören, erstmal gar nicht sieht, weil das sonst nur für Verwirrung sorgt. Und die wollen das dann eben später richtig hinzufügen, dass es auch im User Interface eben gut zu sehen ist, was wozu gehört. Aber technisch möglich ist das schon seit dem Schimmer läuft. Krass. Und dann habe ich jetzt noch eine Frage, weil du sprichst ja immer von dem Team. Firefly, das wissen wir ja alle, wurde ja so ein bisschen outgesourced. Wie läuft das denn bei euch jetzt mit der Kommunikation, wenn ich das fragen darf? Also aktuell sind die noch nicht ausgesourced. Das ist der Plan, aber aktuell ist es noch nicht passiert. Deswegen sind die noch immer noch bei uns. Und Kommunikation läuft so, dass wir einmal die Woche haben wir ein Meeting zusammen, also das Wallet Team und das Firefly Team. Da können die eben sagen, wenn sie irgendwas von uns wollen oder wir können eben allgemein irgendwelche Sachen besprechen, die wir in der Zukunft eben ändern, wo sie dann vielleicht auch eben schauen müssen, ob sie dann was anpassen müssen. Dann haben wir einmal die Woche ein Meeting und dann sonst schreiben wir einfach beim Chat ab und zu über irgendwelche Sachen oder erstellen auch bei GitHub Issues. Ist jetzt eine Frage, die man eigentlich, die ich jetzt eigentlich nicht stellen dürfte. Aber ist denn, ist denn schon, also grob geplant, ab wann das Team outgesourced wird? Gibt es da schon Ideen oder werdet ihr wahrscheinlich doch noch das ganze Jahr zusammenarbeiten? Ich glaube, die Idee war tatsächlich, dass es schon eher jetzt passieren sein sollte. Aber ich weiß nicht, was da genau im Hintergrund abläuft. Also ich weiß eigentlich genauso viel wie die Community, weil ich mich da nicht mit viel beschäftige. Also ich habe die Leute jetzt auch nicht viel genau gefragt, was genau da der Status ist. Was ist deine persönliche Meinung, also wirklich nur deine persönliche Meinung, dass einiges sozusagen outgesourced wird bei der IF? Also ich finde es teilweise ist es für die Kollegen dann ein bisschen schade. Aber an sich finde ich die Idee insgesamt schon oder finde ich die Sache gut, weil wir haben insgesamt als IF schon ganz schön viele Leute gehabt, die viele an Sachen gearbeitet haben, die nicht zum Korbprotokoll oder auch nicht zu nah an Sachen daran gearbeitet haben. Und dadurch, ja, ist ein bisschen der Fokus verloren gegangen, würde ich mal sagen, weil viele, also gerade viele Industrieprojekte, die eben mit der alten IOTA-Version schon da eben begonnen wird mit irgendwelchen Unternehmen, die aber keinen wirklichen Zukunft haben, sind halt am Ende schon ja eigentlich eher Verspendung. Das muss man schon so sagen. Und jetzt haben wir halt eben dann neu mehr den Fokus, dass wir eben wirklich Research und Development nur machen. Und ich glaube, das hilft uns dann als Organisation eben wirklich besser strukturiert zu sein, auch weil wir eben nicht mehr zehn verschiedene Bereiche machen, wo wir irgendwo irgendwas eben Leute haben. Ich meine, die machen natürlich auch alle ordentliche Arbeit, aber wenn wir ein Design-Team haben von fünf Leuten oder so, dann ist das jetzt nicht unbedingt förderlich für das Kernprotokoll, was die Hauptaufgabe der IOTA-Stiftung sein sollte. Und ja, deswegen finde ich das eben teilweise eben schade, aber ich denke mal, langfristig ist das schon der richtige Weg. Ja, ich frage dich, weil wir jetzt ja natürlich hier aus der Community kommen und da immer wieder natürlich dann auch kritische Fragen aufgaben, so nach dem Motto, die werden jetzt alle outgesourced, weil nur weil das Geld halt jetzt so knapp wird. Ja, also, und viele Stimmen sagen auch dann halt wie du, es ist einfach auch vernünftig, um sich wieder, wie du jetzt auch sagst, einfach auf das Kerngeschäft zu konzentrieren und eben dann auch in dem Zuge natürlich dann auch Funds zu sparen. Ja, also, klar. Ja, ich könnte jetzt an der Stelle wieder erwähnen, welches Gespräch ich mit Holger vor über ein Jahr hatte, aber die Community kennt das schon und daher lasse ich es. Aber du selber, um jetzt wirklich mal, weil das sprechen wir nicht ohne Grund an, weil das zurzeit nämlich ein heiß diskutiertes Thema ist innerhalb der Community mit dem Geld. Und du musst jetzt darauf auch nicht großartig antworten, aber siehst du denn deinen Arbeitsplatz in den nächsten zwölf Monaten gefährdet? Nee, da sehe ich eigentlich keine Gefahr. Ich auch nicht. Es ist ja auch überhaupt keine Gefahr bei dem Ganzen. Ich finde diese Diskussion teilweise sehr überflüssig. Aber nur, das ist noch meine persönliche Meinung hier nur mal so am Rande dazu. Andererseits kann man es auch wieder verstehen, wie du auch sagst, ganz kurz nur noch brauchst du die. Es gibt natürlich immer Ängste, vor allen Dingen, wenn Leute natürlich vielleicht sogar überinvestiert sind. Und dann kommen erst recht Ängste auf, nach dem Motto, wo bleibt mein Lambo? Ja, Risikomanagement bedeutet, ich habe ein Risikomanagement, das eigentlich konkret nur für mich selbst gilt und nach meinen Parametern muss ich entscheiden. Und wenn ich nachts nicht schlafen kann, weil ich Angst habe, meine Rechnung nicht mehr zu bezahlen, dann muss ich die dementsprechenden Konsequenzen tragen. Genau. Man sollte nicht mehr investieren, als man bereit ist zu verlieren. Ja, genau. Wenn man sich daran hält, dann sollte man keine Probleme haben. Ja, genau. Es bringt auch nichts, wenn du irgendjemanden fragst, was machst du, wie machst du das? Denn letzten Endes bist du nur alleine für dich verantwortlich und kannst nur für dich selber abschätzen, welches Risiko du eingehst. Und mit Risiko kann man auch ganz einfach, Risiko muss man nicht nur mit Geld sehen, kann man auch ganz einfach sehen, der eine springt vom einen Metaturm, der andere springt von der Klippe. Und das ist auch Risiko, was jeder dann entsprechend bereit ist einzubauen. Gut. Um jetzt mal wieder zurückzukommen zu IOTA. Das war halt nur mal so wichtig, weil das auch wirklich so durch die Community geht, dass wir das mal kurz so anreißen. Genau. Jetzt erklär doch mal der Community, an welcher Stelle eigentlich ursprünglich deine Arbeit beginnt. Weil man hört ja immer nur von Hans, dass er am Coordi-Site arbeitet. Und damit die da alles zurechtbauen, seid ihr davon eigentlich unabhängig oder ist eure Arbeit dementsprechend auch wichtig? Und wenn sich was bei Hans ändert, ob sich dann auch was bei euch ändert? Also Coordi-Site ist bisher ja noch immer ein eigenes Netzwerk, die noch keine große Client- und Wallet-Sachen haben. Da geht es ja noch viel mehr um das Core-Protokoll, was erstmal getestet werden muss. Und deswegen haben wir da eigentlich nicht direkt jetzt irgendwie was miteinander zu tun. Es wird am Ende nur irgendwann, wenn es dann eben mal wirklich so weit ist, dass es dann aufs Schimmer-Netzwerk kommt, dann müssen wir natürlich auch schauen, ob wir eben bei der Client- oder Wallet-Library was anpassen müssen. Also das werden wir sicher irgendwie machen müssen. Die Frage ist, wie viel das sein wird am Ende. Und dann, ja, wenn das so weit ist, dann müssen wir halt schauen, was wir da anpassen müssen. Aber eigentlich sollte es am Ende nicht so viel sein. Also beginnt quasi, ihr macht jetzt erstmal eure Arbeit, wie ihr sie so geplant habt. Ihr habt ja wahrscheinlich eine interne ETA und arbeitet die ab, was ihr alles abarbeiten müsst. Und passt euch dann später einfach nur dem an, was euch quasi Hand und Mucksack vor die Füße schmeißt. Um es jetzt mal salopp auszudrücken. Ja, also letztendlich ist das Core-Protokoll eben erstmal das Wichtigste, dass das ordentlich läuft. Und da ist dann jetzt die Client- und Wallet-Library, die Anforderungen davon, sind dann erstmal zweitrangig. Deswegen müssen wir uns da jetzt nicht groß einmischen und irgendwelche Sachen da sagen. Die sollen eben das Netzwerk gut zum Laufen bringen. Und dann, ja, dann müssen wir danach schauen, was wir da für eine API haben können. Von den Nodes, die dann eben gut funktionieren. Da wurde jetzt auch mit Schimmer ja schon viel verändert. Dass eben zum Beispiel der Indexer, der die ganzen Outputs trackt, die eben zu welcher Output zu welcher Adresse gehört und sowas. Das ist ein eigenes Plugin geworden, damit eben nicht jede Arbeit diese Arbeit, nicht jeder Node diese Arbeit machen muss, sondern nur die, die das wirklich wollen. Und so separat wird das auch noch in Zukunft eben weiterhin bleiben. Und dann, an sich wird sich da bei Corelis halt auch nicht viel ändern. Wir haben ja dann immer noch die UTXOs. Das heißt, es wird immer noch irgendeinen Indexer geben, der dann dir deine Outputs gibt. Und dann, ja, wird man Transaktionen bauen und signieren auch noch. Was sich halt vielleicht ändert, ist, dass man dann noch ein paar neue Felder hinzubekommt, die jetzt dann eben auch irgendwelche Parents vielleicht signieren oder irgendwelche History oder mit der Node-ID, mit Mana noch ein paar Sachen hinzu. Aber an sich, im Großen und Ganzen wird es immer noch so bleiben, dass man eben Outputs hat. Mit denen muss man eine Transaktion bauen und dann schickt man die zum Node. Sehr hellhörig geworden. Du hast gerade Mana erwähnt und du arbeitest mit einer Wolle. Ja, tut mir leid. Da bin ich bei Mana, weil, ja, weil Mana, die meisten wissen das ja, ich hatte früher sogar überlegt gehabt, mit Mana ein Geschäft aufzumachen, also Geschäftsmodell. Und Mana ist so ein bisschen schon immer ein kleines heimliches Schätzchen, wenn ich immer so sage. Naja, Mana wirst du ja nicht so in der Wallet haben, so wie die normalen Token. Aber das Mana wird halt auch in den Messages getrackt am Ende, oder in den Blöcken. Und da wird es dann eben ein Feld geben, wo man das trackt. Ich glaube, ich bin mir da jetzt auch nicht mehr ganz sicher, aber das letzte Mal, als ich eben bei Goshen da mal reingeschaut habe, da ist irgendwas dann in den Blöcken drin, ein neues Feld, was dann dafür auch wichtig ist. Und dann muss das eben einfach ein Teil vom Block sein. Also jetzt haben wir zum Beispiel auch eben die Parent Message Ids einfach nur. Und Inputs Commitment, das ist ein Hash von den Inputs, damit man weiß, dass die richtig sind. Und ich glaube, da gibt es eben bei Goshen, bei der neuen Version, da gibt es dann noch ein paar Felder, die so ähnlich sind. Die müssen halt auch in einem Block sein, damit der valide ist und damit du den senden kannst. Aber das gehört dir dann trotzdem nicht so normal zu versenden. Schade. Ich habe gedacht, dass ich eventuell Mana sogar noch über meine Wallet ja quasi mit verkaufen oder was auch immer machen kann, einsehen kann oder wie auch immer. Aber ich dachte, dass ich da wenigstens angezeigt bekomme, dass ich so und so viel Token halte. Und gerade, so ist ja meine Hoffnung, dass ich dann in meiner Wallet angezeigt bekomme, ich halte die so und so lange und habe so und so viel Mana generiert, dass ich die Token dann auch einfach kostenlos vieles immer noch über den Tangle dann schicken kann. Ja, das kann ja auch noch immer noch sein. Nur, was ich eben meinte, dass du eben Mana nicht als Token so hast, dass du Mana versenden kannst. Achso, so meinst du das ja, ja. Ja, aber wie gesagt, das wäre ja in der Wallet dann eine schöne Anzeige, wenn ich weiß, so und so viel Mana habe ich gerade, ich kann so und so viele Transaktionen jetzt durchführen. Wäre ja nicht schlecht, oder? Das sollte eigentlich auch machbar sein, würde ich jetzt mal grob sagen. Also schreibt mal mit, morgen im Gespräch, wir müssen Mana in Firefly integrieren, jedenfalls mit einer Anzeige. Ja, wäre schön. Stand bei mir bei mir in der Abteilung Wunschliste. Ja, also bei Firefly, was die da anzeigen oder nicht, das liegt nicht in meiner Hand. Aber grundsätzlich, von meinem Verständnis bisher von GoShima eben, wie das da funktioniert, sollte das dann machbar sein, dass man eben für sich selbst guckt, was einem gehört, wie viel man dann da aktuell hat. Das müsste man ja eben von der Not abfragen können und dann kann man das auch anzeigen. Aber man muss mal sehen, wie genau das dann gemacht wird. Macht ja auch ohne Anzeige nicht viel Sinn. Also Mana muss man ja irgendwo irgendwie abschätzen können. Nicht so nach dem Motto, es wird nicht angezeigt, aber ich kann auch nichts senden und ich weiß nicht, wieso ich nichts senden kann. Also man muss ja irgendwo ein Feedback haben irgendwie in einem Wallet. Ja, aber es gibt ja auch noch die Sache, dass man eben vielleicht andere Notes benutzen kann, die eben das Mana providen. Und in dem Fall wäre es ja recht egal, wie viel man selbst hat oder wie viel irgendjemand anders hat. Solange du einfach was senden kannst, dann brauchst du nicht unbedingt eine Anzeige. Aber wenn man natürlich sein eigenes Mana verwenden will, dann wäre es auch gut, wenn man das sieht. Genau. Deswegen wollte ich das nochmal angesprochen haben, weil du hast Mana erwähnt und dann bräuchte ich das später nicht noch ansprechen. Weil das ist wirklich, wir hatten nämlich jemanden, der möchte ein Bezahlsystem über den Tangle schieben. Den hatten wir letzte Woche zu Gast. Und da habe ich ihn auch gefragt, wie er mit Mana und so umgehen möchte. Und da kam nicht sehr viel. Und deshalb, weil Mana auch mit einer der wichtigsten Sachen ist bei IOTA, dachte ich, soweit du es erwähnt hast, spreche ich es direkt mal an. Weil, klar, natürlich ist es für uns alle in der Community ein Muss. Aber es ist ja auch die Frage, ob ihr das soweit auf dem Schirm habt, ob das für euch überhaupt wichtig und interessant ist. Und daher dachte ich, spreche ich es mal direkt an. Ja, also wie gesagt, aktuell machen wir mit GoShimper noch nichts. Deswegen haben wir damit nicht wirklich was zu tun. Und unsere Pläne aktuell sind eben alle noch auf Startups fokussiert, weil wir da noch viele Features einbauen können, eben die noch nicht unbedingt so benutzt werden aktuell. Da kann man eben noch vieles vereinfacht haben. Aber ja, mit Mana, das wird irgendwann kommen. Aber da haben wir jetzt aktuell noch gar nichts geplant bei uns und wir machen auch noch nichts. Ja, klar. Was du jetzt sagst wegen Stardust, meinst du denn damit, dass ihr das dann quasi erstmal denn in Shimmerfly erstmal quasi veröffentlicht? Oder sprichst du einfach oder sprichst du bei Stardust von dem, was auf IOTA kommen soll? Da muss man ja immer ein bisschen differenzieren. Also Stardust nennt sich dieses Protokoll-Upgrade, was jetzt auf Shimmer läuft. Eben das mit den neuen Output-Typen, wo du NFTs, Alias-Outputs, Foundries hast, wo du Native Tokens hast, wo du die neue Byte-Cost hast mit dem Storch-Deposit. Das alles ist das Stardust-Protokoll sozusagen. Also ist immer noch IOTA-Protokoll, aber Stardust nennt sich halt so dieser Abschnitt von IOTA. Davor hatten wir ja größer Lass gehabt. Und Stardust läuft halt aktuell auf Shimmer und das kommt dann aber eben dann zu IOTA später. Und Cordycide oder IOTA 2.0, das wird dann wieder was Neues sein. Ja, COO-Lass quasi. Cordycide. Boas, ich habe noch eine andere Frage. Soweit durch da? Ja, ich habe keine Nachfrage. Ich warte eigentlich darauf, dass du euch gestillst. Ja, genau. Weil ich habe ja auch noch, ich weiß nicht jetzt, ob du, aber du hast ja, klar, hast eben gesagt, du bist für Libraries zuständig und so weiter und so fort. Aber ich weiß nicht, ob alle in der Community eigentlich darüber informiert sind, wie wichtig oder manche auch denken, vielleicht unwichtig Libraries sind. Also die Frage wäre eigentlich nämlich, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwas auf IOTA programmieren wollte und es gäbe keine Libraries, wäre ja prinzipiell natürlich möglich. Aber aus deiner Sicht, wozu sind Libraries im Kern gut? Sie machen es einfach einfacher. Also, es gibt ja die Node-API, wo man eben auch ohne irgendeine Library die ansprechen kann, mit ganz normalen HTTP-Anfragen. Da muss man dann eben selbst, die ganzen Typen muss man sich selbst irgendwie zusammenbasteln und dann verarbeiten. Und das ist dann, ja, teilweise schon recht schwer. Vor allem, was glaube ich eben der schwerste Teil jetzt ist, ist die Input-Selection, wenn man eben selbst Transaktionen senden will. Dann muss man die Outputs einmal bekommen, also eben alles, was zu deiner Adresse gehört. Und dann musst du die richtigen davon rausfiltern, weil du vielleicht nicht alle in der Transaktion brauchst und dann nur ein oder zwei davon. Dann musst du die Transaktion signieren und dann eben in einen Blog tun, der gültige Parents hat oder dem Node direkt senden. Oder also, wenn du halt Local Proof-of-Work machen willst, dass eben das Proof-of-Work bei dir gemacht wird auf deinem Gerät, dann muss das auch noch gemacht werden und dann zur Node gesendet. Und wenn man keine Client-Library hat, dann muss man alle diese Dinge eben sich selbst irgendwie zusammenbauen aus den Informationen, die man von der Node bekommt. Aber das ist dann schon ganz schön kompliziert, je nachdem, was für eine Sache man machen will. Es gibt sehr einfache Sachen, zum Beispiel nur den Status von der Node, also Node-Health zu überprüfen. Dafür braucht man keine Client-Library. Da guckt man einfach in der Anfrage, ob da True oder False kommt. Aber es gibt dann 200 oder 400 für einen Fehler. Aber bei vielen anderen Sachen, wenn es eben komplizierter wird, mit mehr Outputs eben durchgehend tracken oder Transaktionen senden, dann wird es ohne Client-Library schon ganz schön schwer. Ja, weil man muss dann eigentlich alle Typen bei sich selbst einmal definieren, so wie sie in den TIP, also TIPs beschrieben sind. Und da haben wir eben dann den Blog, dann haben wir in dem Blog die Parent Message IDs, nee, Blog IDs mittlerweile. Dann haben wir die Transaktionen, nee, einmal allgemein die Payloads. Und in dem gibt es eben unterschiedliche Payloads. Da gibt es dann den Tech-Data-Payload, wo man nur Daten senden kann. Dann gibt es das Transaktions-Payload. Und für alle diese Dinge gibt es dann eigene Typen. Und zum Serialisieren muss man dann eben auch dem genauen Code folgen oder welche Hash-Funktion man verwenden muss, um Sachen richtig zu hashen, damit die am Ende auch stimmen. Ja, also wird sehr kompliziert, wenn man alles ohne eine Library macht. Und die Library soll eben halt sehr viel von der Arbeit abnehmen, dass man am Ende mehr oder weniger nur High-Level sagt, ich will daraus hinsenden oder ich will das Geld auf meiner Adresse sehen. Und dann soll der Rest eigentlich eben im Hintergrund funktionieren, ohne dass man sich selbst eben mit der Node-API direkt genauer rumschlagen muss. Genau, also dumm gesagt, ihr macht ein, also jetzt ganz platt gesagt, ihr macht ein Visual Basic da draus. Dass es einfach zu verstehen ist, wie ich auch so eine Node anspreche. Und es auch einfach dann simpler zu implementieren ist. Ja, also einmal das und es gibt natürlich immer noch extra Funktionalitäten außenrum, die jetzt nicht direkt die Node ansprechen, aber die für die Nutzung viel besser sind. Also zum Beispiel die Adressen, die muss man ja auch irgendwie generieren erst mal, was jetzt nicht von der Node gemacht wird, weil man will ja nicht sein Private Key zur Node schicken. Aber der Teil ist eben auch noch ein Teil von den Client-Libraries oder wenn man ein Legend-Nano hat, das kann man jetzt auch mit der Client-Library eben ansprechen, den Legend-Nano, dass der einem Adressen generiert. Schön. Und das haben wir jetzt auch für die Client-Libraries und für die Wallet-Libraries eben so gemacht, dass man jetzt Stronghold, Legend-Nano oder einfach in Memory da die Adressen generieren kann oder Transaktionen signieren kann. Das war vorher auch noch nicht bei allen möglich, aber jetzt kann man das eben mit allen Libraries direkt machen. Ja, ich jetzt mal eine Frage zum Verständnis für die Community. Warum braucht ihr eigentlich so verdammt lange, wenn man jetzt irgendwelche... Ja, Moment, ey, komm, Moment, nicht gleich Sachen. Warum braucht ihr verdammt lange? Denn wenn irgendein Projekt auf Ethereum startet, dann haben die solche Sachen immer alle ganz schnell fertig. Justin Sun ist schon länger fertig, ich weiß nicht. Naja, das hat ja einen Grund, warum ich das trage. Ja, klar. Warum man braucht bei welchen Sachen lange? Zum Beispiel mit dem Herstellen so einer Wallet. Warum braucht ihr so unheimlich lange dafür? Okay, ich erkläre dich auf, du fühlst dich gerade ein bisschen verwöhnt. Okay, weil ich hätte jetzt eigentlich gerne von dir gehört, dass IOTA ein komplett neues Protokoll ist und dass einfach die ganze Entwicklung und dieses ganze Testen einfach unheimlich lange dauert. So in der Richtung habe ich gedacht, du springst da sofort mit auf. Ja, also ich war mir eben nicht genau sicher, mit welchem Teil du meinst, aber es stimmt schon, dass eben wir alles bei uns selbst neu machen müssen und nicht wirklich bei anderen Projekten, was wir übernehmen können von denen. Also es gibt tatsächlich eine Library von Ethereum, die wir gleich bei uns verwenden. Die ist für die Native Tokens, für den Amount zuständig. Also da gibt es eben den U256-Typen für sehr große Zahlen, weil die Native Tokens eben auch ein paar Trilliarden oder was weiß ich für eine Zahl eben haben können am Supply. Und den muss man dann eben von Hacks zu den Zahlen umwandeln können. Und in Ethereum, da haben sie das eben auch für die ERC-20-Tokens, glaube ich, oder eben allgemein gibt es eben eine Library. Und die haben wir dann auch benutzt, weil die eben genau das macht, was wir brauchen. Und dann kann man die natürlich verwenden. Aber das ist eben nur ein kleiner Teil und die ganzen Datenstrukturen, die wir irgendwo verwenden, die müssen wir eben alle neu machen, weil es die nicht bei irgendeiner Blockchain schon gibt. Also auch, um das nochmal zu unterstützen, also wir sagen natürlich Noob-Questions, also wirklich blöde Questions oder auch so diese FAT-Questions, die geben wir natürlich dann gerne weiter, obwohl wir natürlich die Antwort wissen. Aber es ist immer interessant, natürlich das auch von dir dann zu hören, weil du ja viel stärker natürlich auch bei der EF involviert bist. Von uns haben die das schon oft gehört, also die Community, ne? Dass halt IOTA kein Copy-Paste ist, wie es jetzt zum Beispiel Justin Sun gemacht hat. Also ich meine, Tron ist ja, Ethereum hat ein bisschen umgebaut und mehr ist es nicht. Ja, ich glaube, was bei uns auch noch mehr ist, IOTA ist nicht eigentlich ein eigenes Projekt. Mittlerweile sind wir eigentlich dann beim dritten, neuen IOTA. Weil IOTA 1.0, das war ja alles mit Ternary und so, das wurde ja eigentlich komplett durch Größerlis ersetzt. Also das war ein komplettes Neuschreiben vom Protokoll eigentlich. Von der Node-Software, von Client-Libraries wurde eben alles neu gemacht. Und jetzt mit Stardust wurde auch wieder so viel verändert, dass es eigentlich auch schon wieder was Neues ist. Und von Protokollseite wird eben Core-Aside IOTA 2.0 wird dann auch wieder was Neues sein, weil irgendwie auch wieder alles komplett neu gemacht wird. Also ein paar Typen werden vielleicht eben bleiben, aber an sich von der Node-Software, das ist eben eigentlich was komplett Neues. Gerade eben, weil es dann eben nicht mehr alles auf den Koordinator drauf zugreifen kann, der vieles vereinfacht hat, sondern dann eben natürlich dezentral eben eigenständig laufen muss, was eben auch wieder eine komplette Veränderung ist. Und deswegen haben wir dann eben IOTA mehrmals neu, komplett neu machen müssen. Ja, und der erste Sprung, der war, glaube ich, der größte, beziehungsweise bis hin zu Stardust, weil du sagst das selber, du hast selber eine Re-Attach-Seite programmiert. Ich kenne die auch noch von dir früher. Das war ja auch teilweise Hölle einfach. Einfach die Tipp-Selection, die war ja wirklich für den Arsch. Also, ja. Ja, also das wurde tatsächlich schon mit Grisalist behoben. Genau. Das nennt sich White Flagg. Das ist eben, wenn neuer Meilenstein kommt, dann wird jetzt einfach alle Transaktionen, die davon referenziert wurden bis zum vorherigen, die werden einfach sortiert und dann werden die nach ihrer Reihenfolge, werden die dann confirmed oder nicht. Das heißt, wenn man irgendwelche Konflikte hat dabei, dann ist das egal, dann werden die von den Notes eben einfach ausgefiltert und nur eines davon wird bestätigt. dadurch kamen wir jetzt eben eigentlich 100% Confirmation Rate, weil eben alles direkt rein kann und deswegen ist es ziemlich einfach. Und jetzt mit Schemmer kommt halt viel mehr Funktionalität dazu, was bei Grisalist gefehlt hat. Also eben gerade mit den Alias Outputs kann man eben jetzt dann Smart Contracts machen. Endlich. Was bisher eben noch nicht möglich war und jetzt auch noch offiziell ja noch nicht so groß gemacht wird, aber da sollte jetzt bald eben auch mehr kommen, dass dann andere Projekte darauf was aufbauen können. Und auch die anderen Output-Typen haben ja mit den neuen Features wie Exploration und Timelog oder Storch-Deposit-Return, da kann man ja auch ganz neue Sachen bauen, die vorher noch gar nicht möglich waren. Und ich kann auch noch sagen, also bei Startups, eine der schönsten Sachen daran, finde ich, tatsächlich ist die Storch-Deposit-Byte-Cost-Sache, Dust-Protection, die wir da jetzt haben, weil das fand ich früher war auch immer so ein Problem, was ich eben gesehen hatte, dass man mit einem IOTA kannst du eben an irgendeine Adresse senden und dann musst du die Note da speichern. Dadurch hat man natürlich einen Attack-Vektor gehabt, dass man die Datenbanken von den Notes richtig aufblähen kann. Und mit Grisalist hatten wir schon, dass man eben einen MI in so einen Dust-Allowance-Output schicken kann, dann kannst du eben zehn Dust-Outputs bekommen. Das war aber auch nicht so optimal, weil das ja immer ein bisschen komisch war und dann jetzt mit dem Storch-Deposit ist es halt echt schön, weil du dann ein festes Limit hast, was nicht überschritten werden kann, egal was jemand macht, egal wie viel Token der hat. Und man kann auch eben den Storch wirklich sinnvoll verwenden, indem man auch eigene Daten da speichern kann. Ja, und eine richtige große Dust-Attack, die wird ja auch wirklich, sagen wir mal so, größtenteils unterbunden. Ja, es kostet natürlich viel und am Ende ist es trotzdem limitiert. Also, es kann ja nicht unbegrenzt groß werden. Mhm, genau. Ja. Zu der Storch-Deposit habe ich mal noch eine Frage. Wie flexibel seid ihr eigentlich mit der Anpassung? Aktuell gar nicht flexibel, würde ich sagen. Es ist aber eigentlich so gemacht, dass man das in Zukunft anpassen kann. Also, wir hatten schon überlegt, dass man mit Meilensteinen, mit Neuem, da im Meilenstein-Payload extra angeben kann, dass sich ab einem Meilenstein X in der Zukunft das anpasst, eben erhöht oder niedriger wird. Und dass es dann eben ab diesem Meilenstein dann der neue Wert gilt als Minimum. Für einen Weitern musst du eben 10 schon mal statt 15 haben oder was auch immer. Aber das wurde noch nicht umgesetzt. Das kann in Zukunft noch irgendwie passieren. Also, vielleicht auch ohne Koordinator, wenn die Not sich irgendwie einigen, dass man dann ab irgendeiner bestimmten Zeit eben ein anders Deutsch-Deposit nehmen muss. Aber aktuell ist es eben ein fester Wert und der kann sich nicht von heute auf morgen ändern. Ja, dann stellen wir das. Ich denke immer ein bisschen langfristig, weil der Wert, der heute da ist und wenn wir nur mal so annehmen, dass der Token eventuell bei 2, 3 Dollar steht, dann muss man ja irgendwie auch reagieren. Sonst würden ja zum Beispiel über das Deutsch-Deposit die Preise explodieren und dann wäre ja zum Beispiel das Netz überhaupt nicht mehr attraktiv, weil es viel zu teuer ist. Dann kannst du ja besser auch auf andere Change gehen und sagen, das ist viel günstiger. Daher ja meine Frage, wie flexibel ist man bei der Anpassung? Nur damit du den Grund verstehst, warum ich die Frage stelle, weil das ja unter Umständen ja auch Auswirkungen auf das Netzwerk haben kann. Ja, also ich glaube, man kann auch noch viel über Layer 2 machen, wenn man das möchte. Also wenn man echt irgendwie sagt, dass eben Layer 1 einem zu teuer wird, dann kann man bestimmt auch einige Sachen auf Layer 2 abbilden, weil die nicht unbedingt auf Layer 1 nötig sind. Und man kann es natürlich in Zukunft auch reduzieren. Man muss aber natürlich auch immer schauen, wenn man es billiger macht, dann kann der Ledger State größer werden und dann hat man eben wieder mehr Anforderungen an die Not. Und da muss man eben ein gutes Verhältnis finden, dass eben möglichst viel ermöglicht wird, ohne die Sicherheit und die Menge an Not irgendwie zu reduzieren. Das hängt auch so ein bisschen mit dem Begriff zusammen. Das kam heute auch wieder auf. Jetzt nicht in der Tangle Gang, wo du drin bist, sondern im Café, ob IOTA wirklich vieles ist. Auch in dem Stadion, was es dann vielleicht 2.0 einführt. Würdest du das letztendlich dann auch im Hinblick mit Storage Deposit und was weiß ich was, was es da alles gibt mit Mana, würdest du sagen, dass man dann noch sagen kann, IOTA bleibt vieles? Ist ein bisschen eine Definitionssache, würde ich sagen. Aber ich würde sagen, man hat die Option, vieles zu sein. Es muss nicht so sein, aber man hat die Option, wenn man genug IOTA hat, dann kann man eben sein eigenes Mana generieren und kann damit dann auch kostenlos, also vieles, kannst du dann auch Transaktionen machen. Und im Storage Deposit ist ja auch so, dass du alles, was du irgendwo als Storage Deposit hinterlegst, wiederbekommen kannst, wenn du das möchtest. Das geht ja nichts verloren. Also von daher würde ich schon sagen, dass es vieles ist, aber die Frage ist natürlich, ob jeder dann am Ende so viel IOTA hat, dass er da genug Mana generiert und ob ihm das dann reicht oder ob er das überhaupt will. Und dann wird es sicher die Möglichkeit geben, dass man auch irgendwelche Service Provider benutzt, an die man vielleicht eine Gebühr zahlt, damit sie einem die Transaktionen ins Netzwerk senden oder irgendwelche Daten speichern. Und in dem Fall ist es dann natürlich nicht vieles für den Nutzer. Nochmal zum Verständnis für alle, wann ist Mana dann überhaupt wichtig? Wann brauche ich überhaupt Mana? Naja, Mana wird für jeden Blog nötig sein, den man sendet. Also sobald du irgendwas in das Netzwerk senden willst, wirst du Mana brauchen. aber die Frage ist halt, wie viel das sein wird. Das hängt eben dann auch davon ab, wie viel das Netzwerk genutzt wird, was man da für einen Wert festlegt. Also auch wenn der Tangle jetzt, sagen wir mal, 10% ausgelastet ist, wäre von der Brandweite her. Ja, also ich glaube, das soll auch so sein. Es war auch schon, da bin ich mir jetzt aber auch nicht sicher. Es gab eben beim Reset schon Ideen, ob man eben schauen kann, ob man, wenn es nicht ausgelastet ist, auch kostenlos was senden kann, ohne Mana sogar. Aber ich glaube, da gab es schon irgendwelche Probleme, weil dann könnte theoretisch eben, wenn du dann 10.000 auf einmal gleichzeitig, also in der gleichen Sekunde, dann einen Blog senden und die alle keinen Mana haben, dann hast du auf einmal zu viel und dann musst du gucken, welche Blöcke davon kannst du weiterleiten, und welche werden ignoriert. Und das macht es auf jeden Fall schwieriger. Ich weiß jetzt da eben nicht, wie es da weiterging, ob das dann möglich sein wird oder nicht. Aber ich würde mal sagen, gerade jetzt am Anfang, also in den nächsten paar Jahren, wenn die Anfrage noch nicht so groß ist, wahrscheinlich, dann wird das so sein, dass es für jeden möglich sein wird, da seine Blöcke zu senden, ohne große Gebühren zahlen zu müssen. Jetzt mein Sampf zu geben. Und zwar habe ich da eine ganz klare Meinung zu. Und zwar muss das auch wieder jeder für sich selber differenzierter betrachten. Du hast Mana, Mana wird benötigt, wenn du eine Transaktion durchführen wirst. Meine Token generieren automatisch Mana. Völlig automatisch. Ich muss dafür nichts zahlen, wenn ich nicht gerade mir IOTA-Token kaufe und will die sofort versenden. Das wird bei mir nicht passieren. Für mich persönlich wird Mana, äh, wird das IOTA-Netzwerk immer vieles sein. Das weiß ich. Das habe ich sichergestellt. Und es wird dann nicht mehr vieles, wenn zum Beispiel Leute ein gewisses Geschäftsmodell auf dem Tangle aufbauen wollen. Das heißt, wenn sie eine gewisse Anzahl von Transaktionen immer gesichert durch den Tangle schicken wollen, dann wird definitiv Mana zugekauft werden müssen. Aber der Vorteil bei Mana, und das ist das, was viele immer ganz gewaltig unterschätzen, Mana ist kein Crypto-Token. Das heißt, ich habe buchhalterisch, wenn ich ein Unternehmen habe, nicht jedes Mal den Aufwand, wann kaufe ich den Token, wie viel Wert hat er den Token, hat der Token, und wie viel Wert hat der Token, wenn ich ihn wieder verwende. Das habe ich bei Mana nicht. Und somit kann ich buchhalterisch als Unternehmen in Deutschland, ne, nur um es mal auf Deutschland runterzubrechen, habe ich den Vorteil, dass ich Mana in meiner Bilanz einfach reinschreiben kann, als würde ich Papier kaufen und verwenden. Ich kaufe mir einfach etwas, verbrauche es und fertig. Ich glaube, das geht bei vielen oft unter. Und deshalb ist das mal ein ganz wichtiger Aspekt, dass man das mal den Leuten erklärt. Weil das mega wichtig ist für ein Unternehmen auch. Weil wenn du Transaktionen durchführen willst, zum Beispiel bei Ethereum, du musst einen unheimlich bürokratischen Aufwand, das Ganze jedes Mal sicherzustellen, wann hast du was gekauft und dann auch. Und dieses Problem haben wir bei Mana überhaupt nicht. und das ist und das ist ein und das ist ein wichtiger USP, der mit Mana einhergeht, was teilweise auch unterschätzt wird. Ja, also ich glaube, bei der Regulierung allgemein, da wird sich in Zukunft noch einiges ändern und ändern müssen. Da kann sich dann auch einiges noch mal anders ändern, als man jetzt denkt. Da würde ich aktuell noch nicht zu stark drauf schauen, wie es jetzt ist, weil da eben viel getan wird eigentlich. Definitiv. Ja, aber sehe ich anders. Wenn du wirklich ein Geschäftsmodell auf IOTA aufbauen möchtest, musst du langfristig denken und deswegen ist es gerade für ein Unternehmen unumgänglich, sich mit Mana auch auseinanderzusetzen. Du kommst um Mana nicht rum und daher muss man dann auch schauen, wie man mit Mana als Unternehmen umgehen soll. Ich habe das irgendwann schon mal geschrieben oder erwähnt, dass das völlig unumgänglich ist, als Unternehmen sich mit Mana zu beschäftigen. Wenn man wirklich langfristig etwas auf IOTA bauen möchte, kommt man da nicht ganz drum rum. Ja, also Mana ist auf jeden Fall ein wichtiger Teil, wenn man irgendwas mit IOTA dann machen will. Das stimmt schon. In dem Zusammenhang, Thoralf, auch wieder immer die gleiche Frage aus der Community. Auch heute wieder. Welchen Incentive habe ich in der Node laufen zu lassen später? Also eigentlich, solange es noch keine neuen Ideen gibt zu Incentives, ist der Hauptincentive eben, dass du selbst nutzen willst, unabhängig von anderen Leuten. Also das ist aktuell eben der Hauptgrund, warum du einen Notlauf haben solltest, ist, wenn du eben das Netzwerk haben willst, ohne dass du von jemand anderem abhängig bist. Das ist genauso wie wenn du eben einen eigenen Server für deine Webseite haben willst. Entweder du lässt die bei jemandem hosten und dann zahlst du dafür und der kümmert sich drum. Oder du sagst halt, ich will meine Daten bei mir haben, ich will die Kontrolle selbst haben und ich will keinen anderen dafür bezahlen. Dann lässt du es bei dir laufen. Und so sehe ich das mit dem Not auch. Und vielleicht wird es auch noch eben Incentives geben, um das Protokoll zu schützen, die eben dann auch die Not irgendwie fördern, dass man eben vielleicht irgendwie Tokens bekommt oder mehr Mana oder was auch immer irgendwie einen Anreiz schafft. Aber da kann ich euch jetzt nur nicht sagen. Nee, nee, muss ja auch nicht. Also siehst du Mana selber auch als Anreiz? Wenn du das Netzwerk nutzen willst oder eben Mana eben irgendwie verkaufen willst, damit anders nutzen können, dann auf jeden Fall schon. Ja, vielleicht noch als letztes zu Mana. Ich finde es unheimlich elegant, wenn es wirklich so kommt, weil Mana eben nicht den Haupttoken des Netzwerkes verwässert. Wenn ich bei Cardano oder weiß ich wo, bei irgendeinem POS-Protokoll, irgendwas stake, mein Token stake, dann werde ich fast immer im gleichen Token bezahlt. Und das ist ja eigentlich wieder Verkaufsdruck. Und das Schöne ist ja, wenn ich dann zum Beispiel bei IOTA dann Mana bekomme, das könnte ich ja, wie du auch sagst, dann wieder verkaufen und zum Beispiel dann wieder neue IOTAs mir dadurch anlachen sozusagen oder als USDC verkaufen oder weiß ich was. Also das ist eine Umkehrung sogar eigentlich dann kein Verkaufsdruck, sondern sogar eigentlich mehr Kaufdruck. Ja, also an sich sehe ich das schon eher so, man hat eben die IOTA-Token, die kannst du kaufen, damit hast du deinen Share vom Netzwerk, wo du Mana generellen kannst. Und damit mit dem generierten Mana kannst du eben natürlich selbst das Netzwerk mehr verwenden oder den Zukunftszugriff auf das Netzwerk anderen weiter verkaufen oder weitergeben, wie du das möchtest. Was natürlich eigentlich schon von sich aus dann ein Anreiz ist, dafür das zu haben. Und dass eben der Token dadurch nicht verändert wird, ist natürlich auch schön, weil dann eben auch die Reichen nicht einfach direkt reicher werden, sondern eben auch irgendwie erstmal was machen müssen. Also die müssen dann irgendeinen Service machen, den sie verkaufen, was eben dem Netzwerk dann eben eigentlich auch was bringen sollte. Und also wenn man eben nur staked und eben nur Konsensus macht, dann bekommt die Not eben mehr Tokens, aber der Rest davon hat eben gar nichts davon. Nein, überhaupt nichts. Da kannst du ja dann als Whale früh einsteigen, hast dann deine, weiß ich nicht, weiß ich wie viele Token und durch die Inflation, wovon du dir ja dann auch wirklich einen großen Teil sicherst, kannst du eigentlich immer weiter dumpen. Und das Mana ist ja auch limitiert, man kann ja auch nicht unbegrenzt viel Mana bekommen. Dadurch ist es ja auch ein bisschen gerechter dann aufgeteilt, der Zugriff zum Netzwerk. Weil eben nicht einer mit ganz viel am Anfang einsteigen kann, dann ohne Ende Mana staken kann, also bekommen kann und dann ja am Ende ein riesen Mana Whale ist nach ein paar Jahren, sondern das eben schon limitiert wird, dass sich das in Grenzen hält. Auch ein schöner Begriff, ein Mana Whale. Das wäre gerne Borstie wahrscheinlich. Nicht? Nochmal, ich war jetzt gerade kurz abgelenkt. Du wärst wahrscheinlich auch gerne ein Mana Whale, meinte ich. Naja, sagen wir es mal so rum, ich hatte das ja schon oft genug erzählt und auch schon geschrieben. Ich hatte ja mal vorgehabt, ich hatte ja mal vorgehabt, quasi Pools zu bauen. So, zwei, zwei oder drei Pools. Da sollten die Leute ihre IOTA Tokens hinterlegen und das Mana, was dadurch generiert wird, hätte man verkauft und vermittelt und dann hätte man anteilig, natürlich nachdem ich mir selber eine kleine Gebiet weggenommen hätte, ist ja logisch, ich mache das ja nicht für Umme, hätte ich dann anteilig die Leute anhand ihrer Funds, die sie hinterlegt haben, an den Gewinnen beteiligt. Und ich denke, das wird auch in Zukunft befürchte, denke ich mal, wird das auch so passieren. Es wird zum Beispiel auch nicht viele Nodes geben, die später bei den 32 Elders mit ausgewählt werden und da kommt es dann zugute, wenn du so ein paar Pools hast, wo du dann unheimlich viele Token drin hast, die Mana generieren und je mehr Mana du hast, ist ja dann noch die Wahrscheinlichkeit höher, dass du dann auch ausgewählt wirst, weil du aktiv mit am Netzwerk beteiligt bist. Und den Gedanken hatte ich schon vor anderthalb Jahren oder so, als das aufkam mit Mana. Nur Ajota braucht einfach zu lange. Deswegen habe ich es wieder einschlafen lassen. Aber ja, ich wäre gerne Mana geworden. Gebe ich hier offen zu, René hat recht. Kann er in Zukunft vielleicht noch was werden. Nein, ich habe die Sachen in die Tonne getreten, Ende aus mit die Maus. Wenn jemand damit anfangen will, kann ich gerne ein paar Tipps geben. Ich hatte auch noch ein zweites Projekt, habe ich auch in die Tonne getreten und ich bin da nur noch beratentätig. Ich fasse nichts mehr an. Ich habe jetzt meinen Sprachchat mit René zusammen und muss mich jetzt noch um YouTube kümmern und eventuell noch einen Podcast. Aber dann hört es bei mir jetzt auch auf. Thoralf, hast du noch ein Side-Project irgendwas? Aktuell tatsächlich nicht. Ich wollte eigentlich schon länger mal wieder was machen, aber dann denkt man sich meistens man macht doch lieber einfach direkt bei der richtigen Arbeit was weiter, also eben bei den Libraries, weil da am Ende dann mehr Gutes erzeugt wird. Also ich habe früher echt viel Spammer-Sachen gemacht, was auch echt interessant war, aber da fehlt mir mittlerweile schon der Anreiz, weil früher habe ich auch echt viel probiert, irgendwelche Fehler zu finden und alle wurden mittlerweile behoben, alle Lücken, die ich gefunden hatte irgendwo, deswegen ist es auch echt schwer, noch was Neues zu finden und irgendwelche Seitenprojekte, da fehlt mir dann auch ein bisschen die Zeit noch, weil ich dann, also eben entweder ich arbeite oder ich will dann eben auch mal rausgehen oder so und dann nicht unbedingt auch noch abends am Computer sitzen und ein bisschen fehlt mir auch die Idee, ich hatte halt meistens irgendwelche Tools gemacht, die, da habe ich sogar noch eine Sache, also ich hatte eben früher auch immer Tools gemacht für irgendwelche Sachen, damit ich dann Sachen einfacher machen kann und da habe ich jetzt tatsächlich auch noch eine Sache mit Wasm gemacht, wo ich eben die Client-Library auch in Wasm im Browser dann verwenden kann und da habe ich mir eine kleine Seite gebaut, wo ich dann die Mnemonics generieren kann, von denen die Adressen, da kann ich dann eben für IOTA oder Shimmer die Cointypes angeben, Adressindex Adresse generieren und dann kann ich die konvertieren mit den verschiedenen 32 HRPs, also für die verschiedenen Netzwerke und das hat mir halt echt viel geholfen, um Sachen zu debuggen oder irgendwelche Sachen rauszufinden und da habe ich zuletzt vor drei, vier Wochen oder so habe ich da nochmal was hinzugefügt, dass ich dann auch Hacks zu Bytes und zu UTF-8 konvertieren kann, dann kann ich eben auch bei den Outputs bei den Daten eben von der API direkt kann ich die rauskopieren und dann bei den Metadaten reinschauen, was das für Daten sind oder was da sein sollte. Also eben so eine kleine Spielerei, die mir die Arbeit erleichtert, aber davon abgesehen habe ich zurzeit nichts. Na gut, ich meine, so ein Job, gerade jetzt in so einer Hochzeit, wo auch einiges fertig werden muss, ich meine, der zieht natürlich auch einfach Zeit. Klar. Ja, und es macht mir auch Spaß. Ich meine, ich habe ja früher auch viel in meiner Freizeit eben an ziemlich ähnlichen Sachen gearbeitet. Dadurch ist es jetzt eben, der Beruf ist eben viel von dem, was ich in der Freizeit sonst gemacht hätte. Deswegen gibt es da kein großes Seitenprojekt. Es ist auch wieder interessant, auch von dir zu hören, dass du ja eigentlich aus dem Bereich ja so gar nicht irgendwie eine Ausbildung hattest. Ja. Du hast dir selber auch wieder beigebracht. selbst beigebracht. Genau. Ist auch teilweise wirklich vielleicht auch so, dass ich kenne es auch von mir selber, dass sowas auch viel besser und praktischer und viel schneller im Freizeitbereich geht. Weil man hat mittlerweile auch sehr viele Ressourcen, gerade in solchen neuen Gebieten sich dann einfach frei einarbeiten zu können übers Internet. Ja, also auf jeden Fall mit dem Internet, da kann man sich eigentlich zu jedem Thema mittlerweile sehr gut informieren und sich schnell Sachen gut anschauen und ja schnell was dazulernen. Und also gerade bei IOTA, das war halt echt gut, weil das hat mir Spaß gemacht, das war interessant und dann konnte ich halt eben einfach rumprobieren und dadurch also dadurch lerne ich selbst eben am meisten, wenn ich irgendwelche kleinen Sachen ausprobiere, dann schaue ich, ob es funktioniert oder nicht und dann fällt mir vielleicht ein, ich will noch irgendwelche Daten anders senden oder irgendwas anderes machen, aber ich weiß gerade nicht, wie man das machen muss, dann wird halt kurz gegoogelt und dann ja, wird das da reinkopiert, dann guckt man, ob das klappt oder nicht und dann, wenn es funktioniert, dann weiß man das das nächste Mal auch und so hat man dann lernt man ständig neue Sachen dazu und kann die dann natürlich auch in Zukunft dann wieder verwenden. Ich habe gerade nur so Flashbacks, das kennen wahrscheinlich auch noch viele, ich bin ja ungefähr, ne, ich bin ziemlich doppelt, doppelt so alt wie du bin ich, Self-HTML, das war damals das mega Nachschlagewerk für HTML, also es war echt schon eine Revolution, als es sowas dann so langsam gab, also online und vorher habe ich mir irgendwelche Bücher immer bestellt, irgendwie so C++ und da kam gerade C++ raus oder irgendwelche Basic-Bücher oder Assembly-Bücher und das war dann immer so trocken und so langweilig und das Geile ist ja, du tippst einfach was ein, Steirung F suchst es oder weiß ich was, ja, mittlerweile ist das schon richtig einfach geworden. Ja, Steirung F ist auf jeden Fall gut. Ich wurde auch mal Steirung F Entwickler genannt, weil ich, am Anfang hatte ich meine Dateien eben nicht so aufgeteilt, sondern eine lange Datei gemacht, alles reingepackt und dann mit Steirung F immer schnell gefunden, wo was ist. Das war, das war halt echt nur in Anfangszeiten, wo ich eben nur kleinere Sachen gemacht hatte, aber ja, so hatte ich da begonnen. Und heute, also heute gibt es ja eben allgemeine Mittel, kannst du echt alles finden und ich denke mal in naher Zukunft jetzt auch, was man mit Chat-GPT gesehen hat und mit anderen KIs, was da kommen wird, da wird nochmal vieles viel einfacher werden. Also da muss man ja nicht mal selbst mehr groß suchen, sondern bekommt schon direkt die Sachen rausgesucht. Und ich habe auch bei mir im Visual Studio Code habe ich jetzt Tab 9, das ist eben auch so eine KI mit Deep Learning, die eben den Code analysiert und dann einem Vorschläge macht. Die benutze ich jetzt eben auch und die ist auch echt gut, einem viele Sachen einfacher zu machen. Also gerade, wenn man irgendeinen Struct hat mit vielen Typen, wo man dann eins zum anderen übertragen muss, dann kann man da mehr oder weniger die ganze Zeit Tab drücken, weil alles, was vorgeschlagen wird, kann man dann direkt übernehmen. Und das macht einem dann eben viele langweilige Sachen, erspart einem das, macht so, die Arbeit schneller und dann kann man sich eben auf die interessanteren Sachen konzentrieren. Das ist echt angenehm, weil man, ja, früher musste man eben alles selbst Stück für Stück machen und jetzt wird einem viel davon abgenommen. Ja. Jetzt würde mich auch mal interessieren, weil du ja vorhin gesagt hast, in naher Zukunft, das ist eigentlich eine Frage, die ich immer ganz gerne so Leuten, gerade von der IF auch mal so stelle. Denn das Protokoll wird ja irgendwann mal einigermaßen ausgereift sein. Siehst du dich dann immer in den nächsten fünf Jahren immer noch bei IOTA? Oder wirst du dann, wenn das Ganze so grob fertig ist, dich auch mal neuen Herausforderungen gegenübergestellt? Also ich habe auf jeden Fall noch nicht geplant, irgendwas in Zukunft anders zu machen. Aber, also ich glaube, bei IOTA kann man schon noch viel machen. Also gerade mit Sharding, da, also selbst wenn wir die Core-D-Site haben, dann mit Sharding, da wird man bestimmt auch noch ein paar Jahre gut was machen kann, bis es dann endlich irgendwann echt global mehr oder weniger unbegrenzt skalierbar wird. Und ich denke, da gibt es schon noch viele Herausforderungen, was eben länger dauern wird, bevor man wirklich sagt, dass es fertig ist, sozusagen. Und ja, ich weiß nicht, wie lange ich da noch sein werde. Also was ich sonst eben noch interessant finde, ist künstliche Intelligenz. Da habe ich aber bisher noch nicht so viel reingeschaut. Aber das wäre auf jeden Fall eine Sache, die ich mir auch in Zukunft vorstellen könnte irgendwann. So schöne, so schöne KI-Agents auf IOTA, das wäre nice, das wäre wirklich schön. Ja, also bei mir jetzt habe ich jetzt eher allgemein dran gedacht, aber wird bei IOTA bestimmt auch irgendwo was einbauen können, mehr oder weniger. Also ob man das im Protokoll direkt will, wahrscheinlich eher nicht, aber aber ja, wird bestimmt viele neue Sachen geben, über die man heute noch gar nicht nachdenkt. Ich bin jetzt eigentlich so weit an dem Punkt. Ich habe jetzt meine Punkte abgearbeitet. Das war eigentlich so ziemlich meine letzte Frage. Wie seht ihr das? Wollen wir jetzt Fragen aus der Community rannehmen oder hast du noch welche, René? Ich bin noch. Ich habe noch ein oder zwei habe ich noch, die sie eben noch ergeben haben, aber sonst. Achso, okay, dann bitte. Ja, eigentlich so eine allgemeine Frage, weil mich das immer interessiert. Wir hatten das auch vorher bei Jonas und weiß ich was und Jonas meinte, er wäre mehr oder weniger auch schon ein digitaler Nomade. Du selber auch oder noch nicht oder hast du vor oder wie sieht das bei dir aus? Was versteht man unter digitaler Nomade? Also, dass du quasi von überall arbeitest und auch letztendlich auf der ganzen Welt irgendwo natürlich zu Hause bist mehr oder weniger. Also bisher habe ich hauptsächlich von zu Hause gearbeitet, weil ich das schon eigentlich angenehmer finde. Also gerade mit einem großen Bildschirm, da finde ich, kann man auch eben eigentlich besser arbeiten als an einem Laptop. Aber ganz ausschließen möchte ich es auf jeden Fall nicht. Aber muss ich mal sehen, wie sich das in Zukunft ergibt. Dass man die Möglichkeit hat, ist auf jeden Fall sehr schön. Und ab und zu bin ich schon auch mal eben wohin gefahren. Ich konnte dann eben auf der Fahrt ein bisschen was machen oder dann dort mit dem Laptop, das geht schon. Aber auf Dauer wäre das, glaube ich, nichts für mich. Ja, muss dafür gemacht sein. immer wieder andere Umgebung. Und wie auch Jonas sagte, man muss ein gutes Setup auch haben. Wieso sagst du ja auch? Man kann nicht überall einfach arbeiten. Ja, wobei ich habe in den letzten Tagen auch mit dem Laptop ein bisschen mehr gemacht. Und das ging sogar besser als erwartet. also vielleicht ist es auch eben ein bisschen mehr einfach Gebührungssache. Aber ich hatte auch früher bei meinem Laptop noch ein Windows gehabt und da hatte ich letztens dann endlich auch Linux installiert. Das war eben auch eine Sache, die eben viele Sachen dann einfacher macht. Ja, ich glaube, ich bin auch soweit durch. Wenn du jetzt selber nichts mehr hast erst mal, dann würden wir wirklich, glaube ich, zu den Community-Fragen kommen. Ja, also ich könnte noch ein paar Details sagen zu dem, was wir jetzt aktuell oder was wir aktuell in unserem Team vielleicht machen. Ja, bitte, ja, bitte. Klar. Das wäre dann vielleicht eben auch noch mal interessant. Also wir haben jetzt letztes Jahr, ich glaube, Anfang Dezember war das oder Ende November hatten wir uns mal in Berlin getroffen, ein paar Sachen besprochen und wir haben jetzt eben in Planung, dass wir eine Wasm-kompatible Wallet haben wollen. Also den Client haben wir schon. Moment, du warst letztes Jahr in Berlin? Ja. Warst du beim Stammzahn? Ja, da war ich auch. What the fuck? Das heißt, wir saßen uns wahrscheinlich gegenüber oder so? Keine Ahnung. Irgendwo war ich da auf jeden Fall. Warst du auf Freitagsdagen? Ich glaube, ich war Freitags, Samstag, Sonntag, alle drei Tage, ja. Ja, genau. Dr. Elektron Schindel, hm? Neben mir, mein Stammtisch. Ja, wenn ich damals gewusst hätte, wie du aussiehst, dann hätte ich dich auch angesprochen. Und Samstag, Samstag sagst du, ich meine jetzt Dr. Elektron, weil ich war, ich war nämlich da, weil Dr. Elektron war nämlich Samstag, habe ich ihn nämlich gesehen. Da saß er so, hat er sich so schön auf der Couch, in der Ecke so schön entspannt, hat er sich so hingelegt und hat dann quasi so zugehört, was so erzählt wird. Ja, weil ich war nämlich, ja, ich war nämlich auch da, aber ich hatte nun mal nicht viel Zeit. Ich hatte mit Holger gesprochen, mit Mucksa, mit Hans, aber du warst auch da. Ja, ich weiß aber auch bei allen Leuten nicht, wie sie aussehen, also. Ja, mich erkennt man immer an meinen Pullover. Ich habe immer ein Tanglegang Pullover an. Ach so, ich dachte, ein Virch. Nee, entweder einen blauen oder einen weißen Tanglegang Pullover habe ich immer an. Ja, dann erkennt man mich immer. Ja gut, okay, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen. Ich hoffe, du weißt noch, wo du warst. Ja, in Berlin war ich. da zweimal, also einmal waren wir da, da war ein großer Teil der EF da und später waren wir da noch nur mit meinem Team waren wir da, haben da ein paar Sachen besprochen, eben, die wir schon länger vorhatten mal zu besprechen oder jetzt dann auch für dieses Jahr geplant hatten und ein großer Teil davon war die Input Selection, also der Teil, der auswählt, welche Outputs man verwendet für eine Transaktion auf der Input Seite um dann für die Outputs eben das Benötigte zu haben und das war früher relativ einfach, da hat man eben einfach den Amount gehabt, eben ein MI willst du senden, dann brauchst du auf der Input Seite ein MI oder mehr und dann hat das funktioniert und dann wurde das mit Grisale schon ein bisschen komplizierter mit dem Minimum Storage Deposit, da braucht man ja dann mindestens ein MI auf der Resse eben, das heißt, man konnte nichts senden, was weniger als ein MI hat, wenn die Empfangsadresse nicht schon ein MI hat mit einem Dust Allowance oder man konnte auch nicht senden, wenn du eben 1,2 MI hast, konntest du nicht ein MI senden, weil dann 0,2 MI übrig bleiben würden und die eben auch nicht für den Storage Deposit ausreichen und das war dann aber eigentlich auch noch relativ einfach zu machen, diese Sachen und jetzt mit Stardust haben wir die neuen Output Typen mit den neuen Unlock Condition, die es viel komplizierter gemacht haben. Wir hatten da am Anfang begonnen, die alte Input-Track eben da mit den neuen Features Stück für Stück anzupassen, dass man dann eben auch NFT senden kann. Dafür muss dann der NFT Output von davor muss dann auf der Input Seite sein, weil der immer nur einmal vorhanden sein darf, der Output, weil sonst wäre es kein Einziger mehr. Das heißt, wenn man den eben woanders hinsenden will, dann wird sozusagen der alte zerstört und der neue dann woanders erzeugt und da gibt es dann jetzt eben, dass die sich auch gegenseitig gehören können, sozusagen, dass ein NFT dem anderen gehört. Das heißt, wenn du ein NFT senden willst, dann muss man in der Unlock Condition gucken, wie ihm dieses NFT gehört und wenn das dem anderen gehört, dann müssen die eben auch wieder bei den Inputs gucken, dass wir da eben dann die beiden nötigen Sachen reinbringen. Dazu kommen dann die Native Tokens, die eben wie der Amount in den Outputs eben eigentlich nochmal ein eigener Amount sind, wo man dann auch wieder nochmal ein paar spezielle Regeln hat, weil die zum Beispiel auf 64 in einer Transaktion limitiert sind, also 64 unterschiedliche Native Tokens. Da darf man dann eben keine Outputs in den Inputs auswählen, die dann mehr haben am Ende, weil das dann eben keine gültige Transaktion mehr wäre und was richtig kompliziert wurde, dann waren die Unlock Conditions mit der Exploration und Stouch Deposit Return, weil vorher musste man halt einfach nur auf die Adresse gucken, die Adresse gehört dir, dann darfst du das eben versenden und jetzt muss man eben schauen, ist da ein Exploration dabei, dann muss man schauen, ist das schon abgelaufen oder nicht. Wenn es abgelaufen ist, dann kriegt es eine neue Adresse und dann muss man schauen, ob die neue Adresse einem gehört und wenn es noch nicht abgelaufen ist, dann muss man eben die andere Adresse nehmen und deswegen müssen wir jetzt eben immer, wenn irgendein Input da benötigt wird, müssen wir dann immer nachschauen, ob wir den jetzt überhaupt verwenden können oder nicht und dann gibt es eben das Stouch Deposit Return, das heißt, wenn wir irgendeinen Output von jemand anderem bekommen haben wollen, bekommen haben, aber da dieses Stouch Deposit Return Under Condition ist, dann müssen wir, um den zu konsumieren, müssen wir da wieder was zurücksenden. Dann müssen wir eben alleine wieder den Output erstellen, der das zurücksendet und dann die ganzen Sachen kombiniert mit Alias, Outputs und Foundries noch, die die Native Tokens minden können oder melden, also den Supply wieder reduzieren oder man kann auch welche burnen, was natürlich nicht aus Versehen passieren darf. Ja, diese ganzen Regeln, das war halt alles schon ganz schön kompliziert und eben nicht mehr ganz so klar im Code, deswegen hatten wir uns da dann einen neuen Algorithmus sozusagen ausgedacht, wie wir das machen und da sind wir jetzt dabei, den gerade zu aktualisieren. Das wurde jetzt größtenteils mittlerweile getan, heute haben wir das bei IOTRs gemerged, dass die neue Logik da ist und jetzt in den nächsten Tagen wird das dann so angepasst, dass die auch wirklich verwendet wird, aktuell ist die nur noch vorhanden, aber wird noch nicht benutzt und da haben wir dann eben auch wieder eine Menge neue Tests geschrieben, damit eben alle Fälle abgedeckt werden und das richtig funktioniert. Das war eben, das ist eigentlich echt eine der kompliziertesten Sachen bei uns die größte Sache, also ich glaube da haben wir 53 Dateien wieder verändern und weiß nicht wie viel tausend Zeilen, also das war, ist schon echt kompliziert, denkt man erst mal gar nicht dran und dann, ja wollen wir eben, dass man auch Wallet-Ice jetzt im Browser verwenden kann, eben mit zu Worten kompilieren, weil das bisher noch nicht möglich ist und dann würde das eben auch noch ein paar Sachen mehr im Browser ermöglichen, die jetzt noch nicht so einfach zu machen sind und dann müssen wir auch noch für das IOD-Domainnet Was zum Beispiel wird das ermöglichen, nur für alle, dass das irgendwie klar ist? Naja, eine Browser-Wollet zum Beispiel. Genau. Also muss man halt nochmal gucken, wie man das mit der Sicherheit macht, weil die Private Keys natürlich nicht einfach im Browser rumliegen sollen und Strongholdet auch nicht im Browser funktioniert direkt. Da könnte man vielleicht mit irgendeiner Erweiterung das machen oder dann auch ein Legend of Nano verwenden. Da müssen wir noch schauen, aber auf jeden Fall, dass man die ganzen Funktionen, die eben die Transaktionen erzeugen und sowas, dass man die im Browser verwenden kann. Also letztendlich ein Metamask, ne? Ja, nicht direkt. Metamask ist ja eine Browser-Erweiterung, die, ich weiß nicht, gar nicht, wie die gemacht wurde genau, aber ich glaube, da könnte man theoretisch sogar auch anderen Code verwenden, aber was heißt halt, du kannst es komplett im Browser laufen lassen oder als Erweiterung installieren zu müssen. Okay. Ja. Wie ist die nochmal, Entschuldige, die wieder eingestampft worden ist, die kleine Browser-Wallet bei IOTA selber? War das Spark oder so? Spark hieß die, ja genau, ja, ja. Ja, die war ja irgendwie so eine kleine Test-Wallet, aber, ja. Okay, ich wollte die unterbrechen. Ja, dann müssen wir noch irgendwann schauen, dass wir eben die Migration von IOTA zu Shimmer machen, also von IOTAs Update zu Stardust, da müssen wir nochmal bei der Datenbank was migrieren, damit nicht alle Sachen verloren gehen, die früher da waren bei IOTA, aber das ist jetzt nicht so ganz große Sache. Und dann wollen wir eben noch die Account-Hierarchie eben ändern, dass man eben LFTs als Wallet haben kann oder die ALIAS-Outputs auch. Und bei den ALIAS-Outputs, was auch ganz interessant ist, die haben zwei Adressen, die die kontrollieren können, einmal so ein Governor und einmal ein State-Controller und da könnte man theoretisch auch eben den Governor eben bei sich haben und dann den State-Controller auswechseln und dann mehrere Keys da verwenden für unterschiedliche Sachen, die man macht. Und was bei ALIAS und bei NFTs auch geht, ist, dass man eben eine Adresse behält, das ist dann eben die NFTs oder die ALIAS-Adresse, aber den Private-Key dahinter, den ED25519 Public-Key, den kann man austauschen, indem man das NFT eben zu einer anderen Adresse sendet, aber die NFT-Adresse bleibt immer die gleiche. Das heißt, man könnte irgendeine Wallet machen, die dann nur die NFT-Adresse hat und dann kannst im Hintergrund die Keys austauschen, falls die eben alle drei Monate getauscht werden sollen oder sowas aus irgendwelchen Sicherheitsgründen und behält aber trotzdem die gleiche öffentliche Adresse. Und das wollen wir halt in der Library eben schöner übersichtlicher machen, dass es einfacher zu verwenden wird. Also das jetzt eben aktuell gerade unsere nächsten Sachen oder was wir aktuell dran arbeiten. Und dann gibt es natürlich immer irgendwelche kleinen Bugs und Sachen, die man noch beheben muss, aber ja, keine besonderen Sachen. Aber ich wollte es nicht so weit gehen, du hattest es eben gesagt, mit dem Govern. Du hast einen Govern-Account und wie hattest du es genannt? Ein State-Controller. Genau, State-Controller. Aber das ja, okay, ja, okay. Also dann hast du letztendlich sagen wir mal zwei User, die darauf zugreifen können, aber mit unterschiedlichen Rechten. Ja, also der Governor, der kann den State-Controller ersetzen und der kann den Output zerstören oder neu machen, also den neu machen nicht, aber er kann ihn ersetzen. Und der State-Controller, der kann immer die nächste Transition machen und kann ein paar Daten innerhalb von dem Output ändern, ein paar Metadaten. Also der wurde eigentlich für die Smart-Context erstellt und die benutzen den, aber man kann den halt auch andere Sachen verwenden und bei der digitalen Identität da bei dem Projekt, die benutzen jetzt das für Starless dann auch. Da wollen wir eben auch eben die bisschen unterschiedlichen Rechte ausnutzen, dass man das dann machen kann. Was vor allem auch interessant ist, dass eben diese Adresse, die bleibt eben immer die gleiche. Dadurch kann man das auch viel leichter wiederfinden im Tangle, weil wenn man bisher Daten gesendet hat, dann war es immer schwer, die wieder zu finden. Also wenn man eine Kette von Daten irgendwie gesendet hat und das geht jetzt eben mit diesen festen Adressen geht das dann einfacher. Also ich bin gerade noch bei dem Governor, also ich werde zum Beispiel jetzt sagen wir so, ich hätte jetzt mir eine blöd gesagt, ich weiß nicht, es ist jetzt wahrscheinlich wieder so ein Bilo-Use-Case. Ich habe jetzt als NFT meine Krankenakte, ich bin der Governor von dem und der Arzt zum Beispiel, der kann dann als State Manager oder wie es jetzt auch daran genannt wird, kann dann Daten daran ändern. Ja, also ich denke mal, das ist ein bisschen weitgeholtere Use-Case, weil man dafür lieber andere Sachen verwendet. Ja, ja, ich meine nur, so grob zum Verständnis. Aber ja, der kann einem da eben ein paar Daten immer aktualisieren. Aber man hat letztendlich selbst noch die Kontrolle. Oder wenn es jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, ein Ersatzteil als NFT hast von einem Auto, dann müsste der Owner dann vielleicht oder was ich was von dem Ersatzteil, also der Governor und dann der Hersteller, dann hat dann irgendwann den State sagt, so, oh, das muss jetzt gewechselt werden. Keine Ahnung. Ja, da kann man sich bestimmt irgendwelche Sachen überlegen. Ja, und zu der Krankenakte, was du gerade sagtest, da gibt es doch, ich glaube, Sekant, ich glaube, das heißt Sekant, da gibt es doch sogar irgendwie ein Projekt, was mal auf IOTA lief, was sich mit Krankenakten und solche Sachen alles beschäftigt hat. Also im medizinischen Bereich. Entschuldigung, habe ich gerade so durch den Kopf geschossen, als ihr darüber gesprochen habt. Es gab schon irgendwelche Sachen, aber man darf ja eigentlich keine Daten ins Tengel selbst schreiben, also irgendwelche personenbezogenen Daten, weil selbst wenn die verschlüsselt sind, ist die Verschlüsselung ja vielleicht in Zukunft irgendwann nicht mehr so sicher, wie man jetzt denkt und dann durch das alles öffentlich ist, könnte das zum Problem werden. Deswegen muss man da eben gucken, was man da überhaupt rechtlich machen kann. Ja, das hatte ja Sebastian, Sebastian Weber hatten wir zu Gast und er hat das eigentlich ziemlich auf den Punkt gebracht, dass IOTA selber ist kein Speicher für irgendwelche Sachen, sondern eher ein zum Übertragen von Daten eher geeignet ist als zum Speichern. Also ich glaube, so muss man sich den Tengel am ehesten dann auch vorstellen, dass man da auch quasi gewisse Sachen signieren kann, hinterlegen kann, aber nicht große Mengen als Daten zum Speichern. Ist der Tengel überhaupt nicht geeignet? Ja, also zum Großspeichern sowieso nicht, aber wenn man einen Hash übertragen und dann kann man damit dann irgendwelche Nachweise führen, dass die Daten zu der Zeit schon mal so genau da waren. Genau. Ja, aber solche, aber das meinte René wahrscheinlich gerade solche, solche einfachen Daten könnte man ja normalerweise dann in einen NFT packen, weil Daten müssen ja in dem Moment auch veränderbar sein und Daten kannst du ja dann in dem Moment, wenn du sie auf dem Tengel schreibst, nicht verändern, sondern höchstens, wenn du es anbindest mit einem NFT, dass du dahingehend das NFT entsprechend verändern kannst. aber du kannst auch Daten in einem normalen Basic-Output haben, da kann man auch die Metadaten-Feature hinzufügen, da kann man jetzt auch irgendwelche Daten sprechen, die man möchte. Der Nachteil da ist halt nur, dass die sich in Zukunft halt verändern können, einfach ohne irgendeine Eingrenzung und das dann vielleicht nicht mehr so leicht zu finden ist. Also es gibt so ein Tag-Feature, was man auch hinzufügen kann, damit kann man die auch von der Note abfragen, aber das kann halt auch jeder senden. Sehr schön. Da kommen so einige Use-Cases wieder neu zusammen. Also bei mir rattet das gerade. Egal. Ja, also ich glaube echt, ein Storage-Deposit, das haben noch viele gar nicht so ganz verstanden und da gibt es bestimmt in Zukunft noch einige Sachen mehr, die dann das wirklich ausnutzen. Weil früher hatte man ja immer das Problem gehabt, die Daten werden eben nach einer Woche oder so von den Notes gelöscht, dann sind sie weg und mit dem Storage-Deposit da hinterlegst du eben deinen Einstimmer oder was auch immer und dann kannst du da ein paar Daten eben eigentlich von jeder Note unbegrenzt lang zugreifen lassen. Also da kann man einige Sachen schon machen. Ja. So. Das Storage-Deposit ist ja ist ja dann auch wieder eine direkte Anwendung für den Token. Sowohl Schimp als auch Iota. Ja, auf jeden Fall. Um mal den Token-Use-Case jetzt nochmal kurz hervorzuheben. Und jetzt hat sich bei mir dann doch noch eine Frage so ein bisschen eingebrannt, weil wir die ganze Zeit darüber gesprochen haben über Wallets, Libraries. Was würdest du dir persönlich ganz gerne wünschen, was Firefly mal können sollte? Du hast garantiert, wenn du den ganzen Tag da sitzt und codest, hast du nebenbei garantiert irgendwelche Ideen, wo du sagst, ja, das würde ich gerne in Firefly integrieren. Also ich würde eigentlich gerne einen Debug-Log haben, den ich exportieren kann, weil, ja, meistens, wenn mir irgendwelche Probleme sind, dann bekomme ich oft keine Logs zugesteckt und dann ist es immer schwer herauszufinden, woran es lag. Aber irgendwelche anderen Sachen, ja, tatsächlich nicht. Also im Alltag verwende ich Firefly auch gar nicht, muss ich sagen. Deswegen an irgendwelchen Features an sich fehlt es mir auf jeden Fall nicht. Also meistens, wenn ich irgendwas machen will, dann benutze ich irgendwelche kleinen Skripte, die ich mir geschrieben habe, weil ich da ja oft dann eben ein bisschen was anpassen will, das dann wieder mache. Aber, ja, in Firefly selbst, was für den Nutzer direkt, da wünsche ich mir nichts. Ich stelle die Frage mal anders. Wo würdest du dann gerne Firefly sehen? vielleicht eventuell in einem Auto? Da habe ich keine Ahnung. Da habe ich mir keine Gedanken drüber gemacht. Also, ich weiß nicht, ob Firefly so im Auto irgendwie Sinn macht, weil das ist ja für einen Nutzer ausgerichtet. Also kannst du natürlich, wenn du im Auto großes Display hast, kannst du natürlich auch Firefly anzeigen lassen, aber ich glaube nicht unbedingt, dass das dann sehr sinnvoll so integriert ist. Wenn ich zum Beispiel in einem Parkhaus fahre, dass mein Auto über die Firefly Wallet dann meine Parkgebühr bezahlt. Ja, das wäre aber dann glaube ich besser, wenn du die Firefly Wallet am Handy hast oder so und dann wird es über das Auto dann weitergeleitet. Also, im Auto läuft dann auch so eine Wallet-Application im Hintergrund, aber das ist dann nicht unbedingt Firefly, sondern eben einfach eine Wallet-Software. Wallet-RS, ich bin da voll deiner Meinung, ich bin auch der Meinung, dass es am sinnvollsten ist, wenn ich zu der Schranke fahre, dass mein Auto mit der Schranke kommuniziert und dass ich dann die Bezahlung über mein Handy das OK drücke. Das ist auch meine Meinung. Aber wie gesagt, es gibt ja auch Leute, die sagen, dass so eine Wallet auch einfach mal in so ein Auto gehört. Siehe Land Rover, die wollen ja glaube ich da irgendwie, wollen die da nicht eine Wallet in den Wagen integrieren? Daher ja meine Frage. Es gab irgendwann mal so einen Blogartikel, glaube ich, aber da. Das war jetzt durch die Hintertür die Frage, ob ihr in dem Bereich was macht, aber dieses kategorische Nein sagt mir eigentlich, dass da gerade nicht gearbeitet wird. Jedenfalls nicht aktiv, was du wüsstest. Ja. Ja, das war ja auch nur so ein Testprojekt, um sowas, also was eben viele Firmen machen, die testen irgendwelche Sachen aus. Und vielleicht kommt irgendwann in Zukunft mal was, wenn sich da ja was größer durchsetzt. Aber ich glaube, aktuell auf dem jetzigen Stand ist es auch nicht unbedingt gut, auf IOTA was aufzubauen. Also wenn es eben noch so zentralisiert ist und viele Sachen nicht ganz optimal laufen, dann wollen das vielleicht viele nicht. Also mit Schimmer wird es auf jeden Fall glaube ich schon attraktiver, weil man da eben ein paar neue Features hat, aber ja, letztendlich, wenn es wirklich dezentral ist, dann hat man ja auch eine höhere Sicherheit von der Uptime gewährleistet, wenn kein Bucket firm wird auf einmal. An der Stelle müsste man oder möchte ich jetzt ganz gerne auch noch der Community mal was mit auf den Weg geben. Nur weil es eine Partnerschaft mit irgendeinem Projekt von IOTA gibt, bedeutet das noch lange nichts, dass zwangsläufig was dabei rumkommt. Denn eine Partnerschaft bedeutet immer nur, dass es ein Proof of Concept ist. Und ein Proof of Concept, wenn man sich mal mit so ein paar Managern von Unternehmen unterhält, wenn man mal schaut, wie viele Proof of Concepts die großen Konzerne jedes Jahr eingehen, jedes Jahr, die aber überhaupt nicht veröffentlicht werden und wie viele davon wirklich letzten Endes umgesetzt werden, da würden einige den Kopf vierteln. Wir erfahren nur was darüber, weil die IF, das dann kommuniziert, ja, es besteht eine Partnerschaft. Es wäre an der Stelle aber auch schön, wenn die IF auch mal diesbezüglich auch mal sagen würde, es besteht momentan oder momentan sind gewisse Partnerschaften dann auch auf Eis gelegt, weil wer sich damit brüstet, dass er eine Partnerschaft hat, sollte dann aber auch mal dazu stehen, wenn eine Partnerschaft gerade wieder auf Eis liegt. Ja, aber sowas anzukündigen muss ja auch nicht wirklich sein. Ja, dessen sage ich ja, wenn man den einen Schritt geht, muss man auch den anderen gehen. Ist einfach so. Dann sollte man auch seitens der IF auch solche Sachen dann lassen. Oh, ich bin heute sehr kritisch. Okay, ja, aber ist nun mal so, es ist ein zweistellendiges Schwert, wenn ich etwas ankündige, was etwas besteht, dann muss ich auch den Arsch in Hose haben, auf gut Deutsch gesagt, und muss dann auch mal sagen, wenn diese Partnerschaft quasi auf Eis liegt, dann muss ich das auch bei Nachfrage oder wenn mal die Fragen aufkommen, dann auch kommunizieren. Ist jetzt nicht an dich gerichtet, sondern ich habe ja extra gesagt, nur mal für die Community. Aber du dachst sie gerne auch. Also auf jeden Fall sollte man nicht erwarten, wenn irgendeine Partnerschaft angekündigt wird, dass dann auf jeden Fall etwas Großes bei rumkommt, weil es eben meistens eigentlich nur erstmal schauen ist, was überhaupt möglich ist oder was es überhaupt gibt. Und dann ergibt sich vielleicht irgendwann daraus was, aber das hängt eben von Fall zu Fall ab und was dann wirklich am Ende gewollt wird. Ja, Dr. Elton hatte auch recht, es ist selten, dass eine Partnerschaft gekündigt wird, offiziell in einem Blog. Also das, ja, meistens ist das dann unter der Hand, dass es dann einschläft. Ja, aber was ich meine, ist ja der andere Weg, dann besser nicht ankündigen, weil wofür, warum, dann besser später irgendwann sagen, wir haben ein Produkt mit diesem Unternehmen und nicht, wir haben vor, eventuell vielleicht mal irgendwann, wenn es mal passen sollte, etwas Passendes zu bauen, was ihr vielleicht mal irgendwann dann eventuell nutzen könnt. Bostitut idealistisch, na, genau. Ja, na, ist halt so, wie gesagt, ich werde doch auch mal meine Meinung sagen dürfen, oder? Ich finde es, ich finde es aber andererseits okay, wenn man sagt, wir haben, wenn man wirklich auch ausdrücklich sagt, wir haben ein Proof of Concept, was wir erforschen. Na, also wenn man nicht direkt dann da sagt, so, wir arbeiten wie Bosch dann als Beispiel, die haben das natürlich jetzt nicht so gemacht, aber, wenn jetzt Bosch sagt, so, wir haben jetzt hier, so, das Modell und sowas, die haben ja auch nicht direkt versprochen, das geht in Großserie. Also, na, das war auch schon okay, also, man muss nur die Expectations, also die Erwartungen einfach managen besser. Na, was das heißt, ich habe ein Proof of Concept oder ich habe ein MVP gerade fertig. Ja, aber bei der Erwartung, das liegt auch viel an den Community-Mitgliedern, was sie da erhoffen. Also, da wird ja auch oft eben irgendwas reingelesen, was gar nicht irgendwo gesagt wurde. Genau, und deswegen müsste man, wenn man jetzt ein bisschen idealistischer denkt, dann in so einen Artikel dann auch reinschreiben, so, also, es ist ein Proof of Concept, das heißt, es ist nur ein Konzept, wir probieren es gerade aus, das heißt noch lange nicht, dass das in Großserie geht. Ja. Ja, das ist ja das große Problem in der Community, ich will niemanden auf die Füße treten, aber die meisten haben von solchen Sachen teilweise überhaupt keinen Peil. Ist so. Ja, aber ist, ja, ich weiß, das ist das, das ist nicht das Problem der, der EF, aber, man muss ja auch mal so ein bisschen auch bedenken, wie ist die Community und man muss ja auch so ein bisschen in Richtung Community auch arbeiten. Ja, deswegen gibt es keine ETAs mehr. Ja, alles gut, ich finde das, ich finde das super und ich finde das auch genauso super, wenn es auch niemals irgendwelche TPS-Tests gibt, die dann veröffentlicht werden. ist total, das ist, das mit den TPS ist auch so für mich so eine Modeerscheinung von 2017 oder so. Wer hat den längsten? Das spielt doch überhaupt keine Rolle, wie viel TPS ein Netzwerk schafft. Letzten Endes ist es spätestens entscheidend, wie viele TPS werden benötigt und ist das Netzwerk später in der Lage, diese TPS auch dann zu liefern, wenn es darauf ankommt. Es ist doch scheißegal, wenn heute ein Netzwerk irgendwelche 100.000 TPS schafft, aber es künftig eventuell nur 3.000 braucht. Wofür dann 100.000? Das ist doch nur Schwanzlängen vergleichen. Wer hat den längsten? Das ist so 2017 und ich finde, davon sollte man sich auch mal verabschieden. Ja, das haben wir auch schon länger nicht mehr gemacht und da gibt es bei uns auch einige, gerade Max Muxer, der eben da stark dagegen ist gegen solche Sachen, weil es ja natürlich auch am Ende dann die Leute nur enttäuscht, wenn man sieht eben, im Test werden da 1.000 TPS geschafft und dann guckt man sich das richtige Netzwerk an, dann sind nur zwei Transaktionen pro Sekunde, dann fragt man sich, was soll das? Solange da der Nutzen wirklich fehlt, dann ist es egal, wie viel man mehr kann. Also ist natürlich gut, viel zu können, aber wenn man es nicht braucht, dann ist es auch nicht wirklich relevant. Du sagst es schon, es ist ein zweischneidiges Schwert, würde ich jetzt so sagen. Hat Muxer, beziehungsweise Max, oder du hast ja auch da recht, Horalf, andererseits musst du aber auch einen Benchmark haben, wenn du irgendwo Richtung Master Adoption irgendwann auch gehen möchtest, dann guckst du dir natürlich auch TPS an von, was weiß ich jetzt, so platt gesagt, von Visa oder anderen Bezahlsystemen oder auch irgendwelchen Datentransfersystemen. Da guckst du das natürlich an und sagst dir, das ist eine Hausnummer, die muss schon irgendwann her. Aber das ist ja da wirklich ausgeahmt. Ich glaube, viele probieren dann auch selbst einfach aus, wie viel sie machen können. Also zumindest, ich habe schon häufig bei Discord gesehen, dass eben irgendwelche Leute probiert haben, zu schauen, wie schnell sie wie viel Daten senden können auf ihrem Computer und dann hängt das ja immer auch vom Use Case drauf ab, was sie da überhaupt senden wollen. Man kann ja eben kleine Transaktionen, kannst du mehr senden als welche ganz großen und dann muss man eben für jeden Use Case selbst schauen, ob dann die Menge da reicht oder nicht. Und das sollte man dann eben, wenn man irgendwas machen will, sollte man das einfach auch selbst ausprobieren und dann sieht man, ob es funktioniert oder nicht. Wir hatten dann auch irgendwann mal, das war glaube ich am normalen Stammtisch philosophiert, dass es eigentlich, wenn überhaupt, einen standardisierten Test für BPS oder TPS geben sollte. Aber das ist auch wieder so eine Nummer, weiß ich auch nicht. Das ist ja auch echt schwer, echt schwer festzulegen für die unterschiedlichen Netzwerke, weil die ja unterschiedliche Segraturen teilweise haben, die eine andere Größe haben oder ja, der eine hat eine Blockchain mit großen Blöcken, der andere hat einen Tangle oder andere Sachen, dann ist es echt schwer, dann allgemein einen guten Vergleich zu finden. Der eine rechnet noch die Messages zwischen den Noten, äh, zwischen den Notes mit rein und hat dann auf einmal, was waren es, 400.000 TPS? Ich glaube ja, 400.000 hatten sie gesagt, also Solana. Wenn du dann die Messages zwischen den Notes rausrechnest, bleiben irgendwie so, weiß ich nicht, irgendwas vierstelliges bleibt übrig. Ja. Ja. 4.000, zwischen 3.500 und 4.000. Ja. Ja. Ja, wie gesagt, also in meinen Augen ist das wirklich nur ein Schwanzlängenvergleich, der auf 2017 hängen geblieben ist. Denn wie viel, ja, wie viel TPS macht ETH? Zu wenige. Aber es funktioniert, oder? Nein, nicht unbedingt. Na ja. Nee, also wirklich in, in, äh, congestion style, also wenn du wirklich einen Run hast auf irgendwie, auf eine NFT-Kollektion oder auf irgendeinen Mint von einem Token, das bricht komplett noch immer zusammen. Nee, also es reicht wirklich noch, immer noch immer nicht. Muss man wirklich so klar sagen. Ja, also ich glaube, wir haben erstmal genug Potenzial bei uns. Wir brauchen erstmal mehr, mehr Use Cases, die dann die Sachen auch in Ausnahme nutzen vom Netz. Aber wann können wir die sehen im fertigen Protokoll? Tja, das ist eine gute Frage. Ich weiß, das war jetzt gemein, aber das muss sie sein. Ja, alles gut, das ist ja, wir, wir hoffen ja, wir hoffen ja, dass ich jetzt dieses Jahr so nach und nach dann doch mal das eine oder andere im Netz, Oh, jetzt muss ich überlegen, welches Netz? Okay, wir haben ja zwei Netze, das ist immer das Problem, dass sie das eine oder andere in den Netzen mal widerspiegeln sollte. Ja, ich kann nur sagen, soon wird was kommen. Ja, das ist gut, das gefällt mir. Ich mag dieses soon noch immer. Ich habe doch immer einen Standard dafür. Gut, also wir schweifen jetzt mittlerweile ganz schön ab. Ja. Ja, gibt es noch irgendwelche vielleicht eben andere Fragen? Können wir wirklich auch die Community mal langsam hier aktivieren. Genau. Ist ja eh schon halb dabei. Hallo, nicht mehr einschlafen, aufstehen. Wer von euch hat denn jetzt eine Frage direkt an Toralf? Hier, ich lese gerade wenn Bindings, die auf Apple Silicon funktionieren. nee, 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 zuerst ist immer der Sprachchat dran. Die Fragen, die im Chat geschrieben werden, kommen dann danach. Das sind die Leute, die nämlich zu faul sind, zu reden. Boudini redet nicht gerne, genau. Ja, nee, nie. Den kannst du freischalten, da kommt nie ein Ton raus. Deshalb fragen wir immer erst, weil wir sind ja ein Sprachchat, und wir fragen immer zuerst, ob jemand aus der Community direkt eine Frage an unseren Gast hat. Dann bitte sich jetzt bemerkbar machen. Okay, dann können wir jetzt zu den Fragen im Chat übergehen. Tut mir leid, ist aus. Ja, also ich kann die Frage dann mal beantworten. Ich weiß nicht genau, was man da bei den Bindings für Apple Silicon braucht. Also ich glaube, teilweise funktioniert das schon. Und fertig kompiliert, das kommt darauf an. Also wir haben ja für manche Bindings haben wir Pre-Build-Binaries, bauen wir dann selbst, dass die Leute das nicht bei sich selbst kompilieren müssen. Dadurch, dass wir Rast haben und dann das zu den anderen Sprachen breiten, muss immer der Rastteil eben kompiliert werden für die jeweilige Target-Plattform. Und teilweise ist das eben ein bisschen nervig vielleicht, selbst zu installieren und selbst zu kompilieren. Deswegen gibt es da so Binarys, die man eben erstellen kann und dann das direkt funktioniert. und bei Apple Silicon da habe ich jetzt eben kein eigenes, deswegen habe ich mich damit nicht so viel beschäftigt. Aber ich glaube, wir haben für für Python, da wollten wir, glaube ich, nochmal die Wirkflos anschauen, weil Dr. Elektron, der hatte da auch sich schon beschwert, dass da was nicht funktioniert hatte. Und da denke ich, kann ich bald mal schauen, ob man da eben für Apple Silicon irgendwas extra kompilieren kann. Kannst du kurz erklären für alle, was für das Apple Silicon gut ist? Ja, das ist einfach von Apple der neue Computerchip, also der, ich glaube, M2 oder M1, das war ja in den letzten Jahren eigentlich recht bekannt, weil die schon ja recht viel Leistung haben und effizient sind in den neuen MacBooks. Und die sind aber von der Architektur eben ein bisschen anders als die meisten anderen. Prozessoren und deswegen muss man da die Sachen extra kompilieren für die. Und da gibt es teilweise eben Probleme. Deswegen muss man da immer schauen. Also ich weiß auch bei Python gerade, wenn man da das kompilieren will, da gibt es ein paar Sachen, die auf allen Systemen da sind oder auf den meisten. Aber das ist dann so, dass man das oft für dann zehn verschiedene Linux-Version oder irgendwie Plattformen extra kompilieren muss. Und da können wir auch nicht alles unterstützen. Da müssen wir halt auch immer schauen, was von den meisten benötigt wird und dann das machen. haben wir sonst noch eine schöne Frage? Ja, Budini, hast du noch eine Frage? Ja, oder andersrum gefragt, reicht dir die Antwort schon mal? Okay, er ist durch. Gut, heißt das, wir sind jetzt auch durch? Ich bin mit 2PR. Ja, also Dr. Elektron, ich kann nur sagen, ich weiß nicht welchen von deinen, lösche sie einfach, lösche sie einfach. Bei dem einen, ich glaube, da muss noch jemand anders approven. Ja, genau. Das kann man bestimmt morgen schaffen, den zu merchen. Der hat heute für die Dokumentation ein paar PRs aufgemacht, um das in Wiki zu aktualisieren. Thoral, an der Stelle möchte ich dir auch noch mit auf den Weg geben. Am 9. 2. Seiten darfst du dich dann bei Dr. Elektron auch dafür revanchieren. Stimmt, da darfst du dich dumme Fragen stellen. Genau. Darfst du dann auch machen? Ich habe bei uns eh schon gesagt, wir haben bei uns jetzt solche Objectives und Key Results für unser Team auch geplant gehabt und ein Teil davon ist Developer Experience, was genau der Teil von Dr. Elektron ist und da meinte ich dann schon, dass er dann eben die ganze Arbeit für uns übernehmen kann. Das heißt, da kann er dann für unser Team arbeiten. Ja, Dr. Elektron, es war der 9. 2. Soll ich dir nochmal den Beitrag aus einer IOTA, nee, aus einer einfach IOTA Discord raussuchen? Den Link habe ich dir schon mal geschickt. Mach das gerne nochmal. Ich rieche Alzheimer Borstie. Ganz starke Alzheimer rieche ich. Aber bei wem? Ja, ja, schon klar, bei wem. Ja, gut, okay. So, wir haben jetzt soweit keine weiteren Fragen mehr. Gehe ich mal von aus. Was ist das denn jetzt hier? So, gut, dann bedanke ich mich recht herzlich bei Thoralf, dass du heute unser Gast warst, uns Rede und Antwort gestanden bist. Dann bedanke ich mich auch René, der mich heute unterstützt hat, weil bei einigen technischen Fragen bin ich dann doch raus und da bin ich dann froh, dass ich jemanden wie René noch dabei habe. ich wünsche euch dann noch allen einen schönen Abend und dann bis zum nächsten Mal. Ja, danke, dass ihr mich eingeladen habt. War nett hier. Ja, auch an dich wie an jedem anderen in einem halben Jahr gerne wieder. Ja, können wir gerne machen. Genau. Wenn es irgendwas Neues gibt oder so. Von mir natürlich auch ein riesen Dankeschön an euch beide. bis zum nächsten Mal. Von mir auch. War mega interessant. Vielen lieben Dank. Obersuchti, moin. Gut, ich stoppe dann jetzt erst mal. Ich war von Anfang an dabei. Ja, habe ich gesehen. Gut, ich stoppe dann jetzt erst mal die Aufnahme und mache nicht den Fehler wie unser letzter Gast, der einfach weiter gesprochen hat und später dann das Ganze dann quasi rausgeschnitten haben wollte. Das geht auf Telegram nicht. Okay, gut. Ciao, bis bald. Ende.